Heute habe ich im Internet zum Spaß mal heile Weltgeschichten gegoogelt. Dabei habe ich mich sehr gefreut, denn die ersten drei Video-Vorschläge waren tatsächlich Geschichten von Lili's 4. Deshalb gibt es heute einmal eine Zusammenfassung mit wunderschönen Frühlings-Hörbüchern, die alle heile Weltgeschichten sind. Wenn du auch die nächsten Hörbücher auf keinen Fall verpassen willst, weißt du, was du zu tun hast, nämlich einfach auf den roten Knopf drücken und die kleine Glocke. Und jetzt lehn dich zurück und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß. Gemütlich saß der Pfarrer Althoff eines Sonntagnachmittags unter einem sehr alten, schattigen Kastanienbaume mit den Seinen beim Kaffee und scherzte und plauderte heiter mit der ihn umgebenden Jugend. Er war ein Mann in den 40er Jahren, unverheiratet. Seine jüngere Schwester Mathilde führte ihm den Haushalt musterhaft. Wohl an die 20 Jahre waltete er schon hier in dem stillen Thüringer Dörfchen als treuer Seelsorger seines Amtes. Wegen seines menschenfreundlichen Charakters und seiner großen Pflichttreue erfreute er sich der aufrichtigsten Liebe und Verehrung seiner Gemeinde. Der Pfarrer wie auch seine Schwester waren beide sehr kinderlieb. Daher vergingen auch keine Ferien, wo Nichtverwandte mit ihren Kindern in dem gastfreundschaftlichen, weinumrangten Pfarrhause Erholung suchten. Alle waren stets willkommen, und die kleinen Gäste ließen es sich sehr wohl bei dem freundlichen Onkel und der liebenswürdigen Tante, die immer für eine gute Verpflegung und allerlei Vergnügungen Sorgen trugen. Keine Badereise hätte den Nichten und Neffen eine größere Freude sein können als der Aufenthalt bei dem guten Onkel Pastor. Der große Garten mit den alten Obstbäumen und den Stachel- und Johannisbeersträuchern, der gepflasterte, sauberer Hof mit dem vielen jungen Vieh, die grüne, blumige Wiese und der schöne Buchenwald, das alles entzückte die Stadtkinder. Jetzt, zur Zeit der großen Ferien, weilte des Pfarrers älteste verheiratete Schwester mit ihren drei Kindern, Gerda, Walter und Otto, hier. Mit ihnen war nun wieder munteres, frisches Leben in das sonst so stelle Haus gezogen. Heute, am Sonntag, hatten sich die Kleinen noch Inspektors Mariechen und Lehrer Fritzens und Grete einladen dürfen, so dass sie nun sechs an der Zahl waren. Das war sehr schön, und sie hatten sich auch vorgenommen, ordentlich im Garten und Feld herumzutollen. Zuerst aber ließen sie sich Tante Mathildens prachtvollen Topfkuchen sehr wohl schmecken und vertilgten mit größtem Appetit ein Stück nach dem anderen. »Och, seht nur, seht«, rief jetzt Walter Reden aufspringend, »was da für ein großer Schwamm Kinder, den Hügel herabkommt!« Neugierig liefen sie alle an den Gartenzaun und sahen sich dem nähernden Zuge Lärm der Straßenkinder entgegen, in deren Mitte sich eine schmutzig und zerfetzt aussehende Frauengestalt nur mühsam weiterbewegen konnte. Die Unglückliche wusste nicht, wie sie sich vor ihren Verfolgern retten und sich durchkämpfen sollte. Je mehr sie sich mit Drohungen und Scheldworten zu wehren suchte, desto toller trieben es die bösen Buben. Sie warfen mit Sand und Blättern, die sie im Vorüberziehen von den Bäumen abrissen. Dabei riefen sie fortwährend unter furchtbarem Gelächter, »Schönes schwarzes Sußchen, Schmutzkönigin!« »Ach, das ist ja die schwarze Suße,« sagte jetzt Lehrers Fritz. »Die Arme hat jedes Mal, wenn sie sich nur sehen lässt, von den Straßenkindern so viel zu leiden, dass sie sich schon gar nicht mehr hinauswagt, wenn es nicht dringend nötig ist.« Unwillig drohte der Pfarrer mit der Hand, was aber die unbändigen Rangen durchaus nicht zu bemerken schien. Deshalb nahm er schnell seine Mütze und eilte, von Walter und Otto begleitet, der Bedrängten zur Hilfe. Als die übermütigen Knaben nun ihren Pastor kommen sahen, gaben sie sofort ihr Opfer frei und liefen, so schnell sie konnten, wieder davon. »Es ist schrecklich,« sagte der Pfarrer, als er seinen Platz vor der Türe wieder eingenommen hatte, »dass die gottlosen Schlingel das unglückliche Frauenzimmer immer wieder belästigen, trotzdem ich es ihnen unzählige Male untersagt habe.« »Ja, es ist unbegreiflich,« stimmte seine Schwester Mathilde ein, »dass so viel Gebrechliche wie alle, die etwas Besonderes haben von herzlosen Leuten und Kindern, verspottet und verlacht werden.« »Arme Gebrechliche mit Spott und Hohn verfolgen, das können doch nur sehr schlechte und tierisch rohe Menschen,« bemerkte Frau von Reden, die Mutter der drei Kinder. »Die Suse hat hier aber durchaus kein einziges Gebrechen, als dass sie schmutzig und verschoben ist, und das müsste doch jedem etwas Altes sein. Sie ist ja gewiss schon über zehn oder zwölf Jahre hier im Dorfe.« »Ach, sie ist also nicht immer hier gewesen?« fragte Gerda ganz erstaunt. »Rein, weißt du nicht, dass die Suse früher ein gar feines Stadtfräulein war?« beeilte sich Inspektors Mariechen sehr eilfertig zu antworten. »Wirklich, Onkel? Ist das wahr?« riefen jetzt Gerda und Walter höchst verwundert. »Jawohl, Kinder«, nickte der Onkel. »Mariechen hat ganz recht. Die Suse hat einst bessere Tage gekannt, denn ihre Eltern waren sehr angesehen und reiche Leute.« »Hast du sie denn damals auch gekannt, Onkel? Sah sie nicht immer so garstig und unordentlich aus?« »Oh nein, durchaus nicht. Sie war sogar ein sehr schmuckes Mädchen, als ich sie kennenlernte.« Das war nun den Geschwistern sehr wunderbar. Sie konnten es gar nicht begreifen, dass die hässliche Suse einst hübsch gewesen sein könnte, und sie bestürmten den Onkel noch mit weiteren Fragen. »Kinder, ich habe jetzt keine Zeit zu vielen Erklärungen, denn ich habe noch einen nötigen Krankenbesuch zu machen,« sagte diese jetzt aufstehend. »Wenn ihr aber gern mehr über Suses Vergangenheit erfahren wollt, so bittet Mariechen darum, ihre Mutter ist mit ihr zur Schule gegangen, und sie wird wohl eure Neugierde befriedigen können.« »Ach ja, bitte, Mariechen, erzähle uns, was du von ihr weißt,« riefen sie nun alle drei, ihre kleine Freundin umringt. »Obwohl die Geschwister die Suse schon immer hier gesehen hatten, so war sie ihnen doch vollständig gleichgültig gewesen bisher. Erst heute, da sie hörten, dass sie früher eine andere gewesen, interessierten sie sich für sie. Mariechen war auch gern bereit zu erzählen, was sie wusste. »Kommt, wir wollen nach dem Wäldchen gehen,« schlug Gerda vor. »Dass ich lagern und eine Geschichte hören, muss reizend sein.« Damit waren alle gerne einverstanden. Und da auch die Mutter und Tante ihre Erlaubnis erteilten, zog die kleine Gesellschaft munter ab. Im Walde ließen sie sich auf das weiche Moos nieder, und aller Blicke richteten sich gespannt auf Mariechen, die auch sogleich mit großer Wichtigkeit begannen. Unser Großvater war Kantor in derselben Stadt, in der Susens Eltern wohnten. Der Großvater hat sie sogar mehrere Jahre im Klavierspiel unterrichtet. Sie soll recht begabt, aber sehr träge und zerstreut gewesen sein, und deshalb hat sie auch in der Schule wenig gelernt. Die Mutter sagte, die Lehrer wären immer sehr unzufrieden mit ihr gewesen und hätten sie viel getadelt, weil sie zu nichts weiter Lust hatte, als Geschichten zu lesen. Darauf soll sie aber so arg gewesen sein, dass sie immer ein Buch in der Schultasche gehabt hat. Wenn die Lehrer oder Lehrerinnen dann etwas erklärt und dabei nicht auf sie geachtet haben, dann hat sie ihr Geschichtenbuch aufgeschlagen und sehr eifrig darin gelesen. Über ihre Lesewut soll sie dann die Wirklichkeit vergessen und ihre Jugend verträumt haben. Auf ihre Eltern Ermahnungen hat sie nicht hören wollen, und diese sollen auch ihr einziges Kind zu sehr geliebt haben, um es mit Strenge zum Fleiß anzuhalten. Vielleicht, glaubten sie auch, weil sie reich waren, hätte ihre Tochter es nicht nötig, sich sehr anzustrengen. Aber leider sollte es nur anders kommen. Als Suse eben erwachsen war, verlor ihr Vater durch Unglücksfälle plötzlich sein ganzes Vermögen und wurde nun ganz arm. Darüber grämten sich dann beide Eltern so sehr, dass sie kurz hintereinander starben. Die arme Suse stand nun ganz alleine und ohne die geringsten Mittel in der Welt da. Das war wirklich sehr traurig, weil sie nichts gelernt hatte, womit sie sich ihr Brot hätte verdienen können. Reiche Verwandte, die sich ihrer annehmen konnten, hatte sie auch nicht nur einen entfanden Onkel, einen Vetter ihres Vaters, dass der aber auch außer einem guten Gehalt weiter kein Vermögen und selbst eine große Familie hatte. Dennoch tat dieser so viel er konnte. Er brachte sie zu der verstorbenen Frau Pastor hierher und zahlte auch eine kleine Pension für sie. Er wollte, dass sie einen Haushalt führen lernen sollte, um sich dann dadurch ihren Unterhalt erwerben zu können. Obwohl Suse wusste, dass ihr Onkel sich das Geld für sie abdaben musste, so war sie doch nicht zur Vernunft gekommen, sondern lebte nach wie vor in den Tag hinein. Sie blieb ebenso träge wie bisher und nur darauf erpicht, Geschichtenbücher zu lesen. »Hat denn das die Frau Pastor gelitten und sie nie gescholten?« fragte Walter. »Hm, die soll viel zu gut und nachsichtig gewesen sein«, meint die Mutter. »Es wäre für die faule Suse viel besser gewesen, wenn sie in eine recht strenge Schule gekommen wäre. Vielleicht hätte sie sich dann doch zusammengenommen und gebessert.« »Nun, bitte, Mariechen, erzähl doch weiter!« batten jetzt die aufmerksamen Zuhörer, als diese plötzlich schwieg. »Tja, weiter weiß ich auch nichts mehr, als dass sie unbrauchbar geblieben ist und dass sie keiner haben wollte. Solange die Frau alte Pastor lebte, hatte sie die Suse bei sich behalten, trotzdem der Onkel eher starb und die Pension dann ausgeblieben war. Nach dem Tode der Frau Pastor hat das Dorf sie als Ortsarme ernähren müssen, denn ihr Verstand soll sich mit der Zeit ganz verwirrt haben. Vielleicht ist das von ihrem vielen Lesung gekommen. Zu feilen soll sie ganz stumpfsinnig sein, dann sich wieder einbilden, eine Prinzessin oder eine Königin zu sein. Deshalb rufen eben die Straßkinder Schmutzkönigin hinter ihr her. »Hm, wenn auch die Suse an ihrem Schicksal allein die Schuld trägt, so kann sie mir doch leid tun«, sagte Grete mitleidig. »Wie muss sie wohl die Reue quälen, wenn sie klare Augenblicke hat und über ihr verfehltes Leben nachdenkt?« »Ja, das ist wahr. Ich begreife nur nicht, dass sie sich nicht geändert hat und fleißig geworden ist, als sie arm geworden war«, meinte Walter. »Ach du«, belehrte Mariechen, »das ist gewiss nicht so leicht. Mein Vater sagt immer zu uns, was Hänschen nicht lernt, lernt er Hans nimmermehr.« »Deshalb ermahnen uns die Eltern ja oft, in der Jugend nichts zu versäumen, weil das später sehr schwer nachzuholen ist.« »Vielleicht bessert sich die Suse doch noch«, bemerkte Lehrers Fritz. »Der Vater hat uns einmal erzählt, dass jemand noch im Alter zur Einsicht gekommen ist.« »Hm, das wird bei der Suse wohl unmöglich sein, da ihr Verstand gelitten hat«, wandte Gretchen ein. »Zuweilen soll sie ganz klar sein«, entgegnete Mariechen. »Meine Mutter hat sie schon oft sehr unglücklich und bitterlich weinend über ihr Geschick getroffen.« Und in dieser Weise gaben die Kinder ihrer Teilnahme für Suse noch weiter Ausdruck. Nur Gerda war sehr schweigsam geworden und sah still und nachdenklich vor sich hin. »Seht nur, die Gerda ist ganz mäuschenstill.« »Tja, sieht sie nicht gerade so aus, als ob ihr die Petersilie verhagelt wäre?« neckte Otto lachend die Schwester. »Tja, ich weiß auch wohl weshalb«, neckte Walter schelmisch. »Sie denkt darüber nach, dass sie ebenso wie die Suse über ihr vieles Schmückern alles andere vergisst.« »Ja, ja, so ist es auch, daran erinnert sie sich«, bekräftigte Otto. »Wie oft haben wir sie nicht in einem verborgenen Winkel lesend gefunden, wenn wir sie suchen sollten?« »Ach, sagt's doch nur nicht, ich schenke euch auch etwas Schönes. Tja, dann kann sie immer so schön bitten.« »Ach, ihr hässlichen Brüder, lasst doch nur die arme Gerda in Ruhe. Seht ihr denn nicht, wie nah ihr schon das Weinen ist?« nahm sich Lehrers Gretchen der Gefoppten an. »Kommt nur, jetzt ist es schon die höchste Zeit, nach Hause zu gehen.« »Ja, das ist wirklich wahr. Vielleicht warten sie schon mit dem Abendbrot auf uns.« Und damit sprangen alle eiligst auf und traten den Rückweg an. Und in der Tat saß Onkel Pastor mit Mutter und Tante auch schon beim Abendbrot, als die junge Gesellschaft eintrat. »Nun, ihr Herumtreiber, seid ihr endlich da?« rief der Onkel den Eintretenden entgegen. »Wartet nur, ihr leichtes Völkchen, uns so zu beunruhigen. Wir wollten euch eben suchen lassen, denn wir fürchteten schon, dass euch irgendetwas passiert ist.« »Nein, Onkel, Marichens Erzählung hat so lange gedauert.« entschuldigten sie verlegen, ihr langes Ausbleiben. »Na, dann setzt euch nur gleich an den Tisch. Etwas haben wir euch noch übrig gelassen,« lud der gutmütige Onkel ein. Dieser Aufforderung leisteten alle gerne Folge, denn sie hatten tüchtigen Hunger mitgebracht. Die dicke Milch und die Schinken schnitten, die Tante Mathilde ihnen zurechtmachte, schmeckte nun auch zu prächtig. »Onkel«, begann Walter, als er den letzten Bissen in den Mund gesteckt hatte. »Weißt du, was Fritz gesagt hat?« »Nein, mein Junge, das kann ich nicht wissen,« lächelte der Onkel, als Walter plötzlich eine Pause machte, weil ihm ein Krümel im Halse stecken geblieben war. »Erzähle, was hat denn der weise Fritz so Wichtiges gesagt?« »Er sagte, dass Mariechen uns von Suses Faulheit erzählte. Es wäre ganz gut möglich, dass sie noch fleißig würde. Glaubst du das wohl auch?« »Na, so recht wohl nicht, aber man soll keinen Menschen aufgeben, solange ihm Gott das Leben und damit noch Zeit zur Besserung schenkt. Bis jetzt sind leider meine vielen Versuche, sie zu bekehren, auf unfruchtbaren Boden gefallen.« »Ach, Walter, lass nur jetzt die Suse,« rief der muntere Otto, als sein Bruder weitere Fragen an den Onkel richten wollte. »Mariechen hat uns doch genug von ihr erzählt. Kommt alle mit, wir wollen noch im Hofe Ball spielen. Walter war sogleich dabei, nur Gerda setzte sich mit einer Häkelarbeit zu dem Onkel ins Wohnzimmer an den runden Tisch, wo dieser die Zeitung las. Die Mutter mit der Tante waren auch noch hinausgegangen, um den herrlichen Abend im Freien zu genießen. Verstohlen beobachtete der Onkel von der Seite die emsig arbeitenden Nichte, denn bis jetzt hatte sie ihm noch nie Gelegenheit gegeben, ihre Tätigkeit zu bewundern. War einmal schlechtes Wetter, dass sie im Zimmer bleiben mussten, so hatte er sie immer nur mit einem Geschichtenbuch oder die Hände müßig in den Schoß gelegt gesehen. »Na, so fleißig, Gerda!« unterbrach der Onkel endlich, die Zeitung aus der Hand legend, das Schweigen. »Das gefällt mir, ein junges Mädchen muss nie unterbeschäftigt sitzen.« Statt einer Antwort auf des Onkels Lob warf Gerda hastig die Frage hin, »Onkel, ist es wohl unrecht, wenn man gerne liest?« »Wie sollte das wohl unrecht sein?« »Freilich kommt es immer darauf an, was man liest. Nützliche und lehrreiche Bücher können doch nur Herz und Gemüt bilden.« »Gehören Geschichten und Märchenbücher auch zu solchen?« kam es nun leise über Gerdas Lippen. »Weshalb sollten sie denn nicht dazugerechnet werden können?« fragte der Onkel. »Zur Unterhaltung und Freude der Jugend sind ja Märchen und Geschichtenbücher da, damit sie in den Erholungsstunden von euch gelesen werden. Freilich darf dieses Vergnügen ebenso wenig wie jedes andere ausarten. Die Arbeit und Pflicht darf selbstverständlich darüber nicht vergessen werden.« Betroffen schwieg nun Gerda. Sie wusste genau, dass sie des Onkels letzte Worte auf sich anwenden konnte. Stets hatte sie sich allerlei Geschichten und Märchenbücher zu verschaffen gewusst und sich dann darin so vertieft, dass sie gar nicht mehr an ihre Schularbeiten gedacht und diese dann flüchtig und schlecht gemacht hatte. Sie hatte nie eher Ruhe, bis sie den Schluss gelesen. Kam sie bei Tage nicht so weit, so geschah es abends oder auch morgens im Bette. In der Schule hatte sie dann, statt aufmerksam zu sein, über das Gelesene nachgedacht und sich durch ihre Zerstreutheit der Lehrer Unzufriedenheit und Tadel zugezogen. Ebenso hatte sie durch ihre schlechte Zensuren, die sie stets heimbrachte, den Eltern vielen Kummer bereitet. Das wurde ihr auf einmal klar und die trübsten Vorstellungen und Gedanken nagten an ihrem Gewissen und quälten sie noch bis in die Nacht hinein, sodass sie gar nicht einschlafen konnte. Die Kinder wurden alle Abend bald nach neun Uhr zu Bette geschickt, während die Erwachsenen dann noch plaudernd im traulichen Wohnzimmer ein Stündchen beisammen saßen. Was mag heute nur der Gerda sein, sagte der Onkel Pastor. Sie war heute so ganz anders als sonst. Während die Jungen noch draußen runterherum sprangen, saß sie stillarbeitend an meiner Seite und forschte mich darüber aus, wie ich über das Lesen von Geschichtenbüchern dächte. So, also das wollte sie wissen? fragte ihre Mutter sehr verwundert. Wollte Gott, dass sie endlich Vernunft annehme. Wir haben nur die eine Tochter und die macht uns viele Sorgen. Inwiefern denn? Ich finde, sie ist doch recht vernünftig und nett. Vielleicht könnte sie für ihre zwölf Jahre schon ein wenig fleißiger sein. Das wird sie schon noch finden, begütigte Tante Mathilde. Oh nein, gerade der Fleiß ist es, der in der Kindheit anerzogen und geübt werden muss, sagte die Mutter traurig. Gerda möchte am liebsten den ganzen Tag mit Lesen zubringen. Zu anderen, ernsteren Arbeiten ist sie stets unlustig, obwohl wir es gewiss nicht unterlassen, sie in Gutem und mit Strenge zu ermahnen. Na, daher kommt denn auch heute Abend ihr nachdenkliches Wesen und ihre Frage wegen der Geschichtenbücher, meinte bedächtig der Onkel Pastor. Mariechen hat ihr gewiss davon erzählt, dass die Sose es ähnlich gemacht hat. Gebe Gott, dass diese Einkehr gute Früchte trägt. Diese Wünsche und Hoffnungen sollten sich dennoch wirklich erfüllen. Sie hatte es sich tief zu Herzen genommen, dass sie dieselben Fehler wie Sose hatte, die dadurch um ihr Lebensglück gekommen war. Tapfer und mit aller Willenskraft suchte sie jetzt, ihre Trägheit und Arbeitsscheu zu überwinden. Vor allem borgte sie sich keine Geschichtenbücher mehr, um nicht wieder dieser Schwäche zu unterliegen. Es fiel sofort allen ihren Lehrerinnen und Mitschülerinnen auf, dass sie sich die größte Mühe gab, aufmerksam dem Unterricht zu folgen und infolgedessen auch gute häusliche Arbeiten lieferte. Mit großer Freude beobachteten dies die Eltern in der Stille. Noch sagten sie aber kein lobendes Wort darüber, weil sie fürchteten, sie könnte durch zu frühe Anerkennung nachlassen und auf halbem Wege stehen bleiben. Erst als ihre wackere Tochter ihnen zu den nächsten Ferien ein gutes Zeugnis überreichen konnte, auf dem nicht wie bisher unaufmerksam, fleißmangelhaft, häusliche Arbeiten ungenügend und so weiter getadelt wurden, da gaben sich die beglückten Eltern mit ihrer Freude zum Ausdruck und schlossen ihr fleißiges Kind zärtlich in die Arme. Sie beschenkten sie auch und machten allen drei Geschwistern einen fröhlichen Tag, denn auch Walter und Otto hatten das beste Zeugnis von ihren Lehrern bekommen. Eigentlich schade, sagten die übermütigen Knaben unter sich, dass wir die Gerda nicht mehr suchen müssen. Es war doch ein gar zu lustiger Spaß, wenn wir sie auf dem Boden hinter dem großen Kasten oder hinter einem Busch hervorziehen und sie dann als unsere Gefangene hereintransportieren konnten. Wilde Jungen sind nun einmal nicht anders, sie necken gar zu gern und nur wenige wollen es lernen schon als kleine Herren auch zu ihrem Schwesterchen galant zu sein. Gegen Weihnachten hatte der Onkel Pastor seiner Schwester und seinem Schwager seinen Besuch versprochen und zu aller Freude hatte er dieses Versprechen bei Zeiten erfüllt. Eines Vormittags war er, ohne sich vorher anzumelden, gekommen, um die Geschwister zu überraschen. Da war denn auch die Freude groß, als der liebe seltene Gast so plötzlich eintrat und er wurde von Schwager und Schwester aufs herzlichste willkommen geheißen. Oh, wie herrlich, liebster bester Onkel, ja, dass du wirklich gekommen bist, begrüßten ihn die Kinder mit lautem Jubel, als sie mittags aus der Schule kamen und der ihnen so geliebte, verehrte Onkel entgegentrat. Alle hingen sich an seinen Hals und erdrückten ihn fast mit ihren stürmischen Liebkosungen. Dann überstürzten sie sich förmlich mit Fragen, jeder wollte etwas anderes wissen. Was macht Fritz? Wie geht es Mariechen? Ist Nero noch so wachsam? Habt ihr viele Nüsse und Äpfel eingeerntet? So fragten alle drei durcheinander. Gefällig beantwortete der Onkel die Fragen der Reihe nach. Es ging sowohl den kleinen Freunden wie auch dem treuen Nero gut und Nüsse und Äpfel hatte es in Mengen gegeben. Sie sollten zu Weihnachten eine ansehnliche Probe davon haben, versprach der Onkel. Jetzt verschont nun aber den Onkel mit euren ewigen Fragen, gebot dann der Vater. Jetzt wollen wir zuerst Mittag essen und nachher unseren lieben Gast bis zum Abend für uns behalten. Hat der Onkel dann Lust sich mit euch abzugeben, dann will ich auch nichts dagegen haben. Die Kinder hatten auch so viele Schularbeiten zu machen, dass sie sich gleich nach Tische daran machen mussten und auch vor Abend nicht fertig werden konnten. Dann aber saßen sie um den Onkel herum und hatten ihm tausenderlei Dinge zu erzählen und zu fragen. Als der beliebte Kinderfreund nun alle Neuigkeiten ausgekramt hatte, sagte er, liebe Kinder, nach allen habt ihr euch erkundigt, nur nach einer eurer alten Bekannten, nach der Suse nicht. Gerade für die habt ihr euch trotz das letzte Mal so lebhaft interessiert und nun scheint ihr sie ganz vergessen zu haben. Ach ja, die Suse! Nein, lieber Onkel, vergessen haben wir sie nicht, versicherten alle drei. Ist sie gesund, geht sie noch so schmutzig und zerfetzt und mit aufgelösten Haaren umher und wird sie noch so verfolgt? Nein, nichts mehr von alledem. Was? Wie? wurde der Erzähler von allen Seiten unterbrochen. Och, dann ist sie wohl inzwischen gestorben? Nein, obwohl sie sehr krank war, so ist sie doch wieder gesund geworden. Und kaum werdet ihr es wohl glauben können, die Spottnam Schmutzkönigin und schwarze Suse verdient sie nicht mehr, da sie jetzt ganz genau weiß, wie man nett und adrett aussieht. Aber wie ist denn das nur möglich? riefen alle drei, groß und klein, plötzlich erstaunt. Ja, seht ihr, wie sich das Leben zuweilen gar wunderlich fügt. Die arme Suse bekam ein schweres Nervenfieber und wurde lebensgefährlich krank. Da sich aber keiner fand, der sie pflegen wollte, nahm wir sie ins Tante Mathilde sorgte nun Tag und Nacht mit der größten Aufopferung für sie. Vor alle drei Wochen lag sie ohne Besinnung und wir glaubten nicht, dass sie wieder gesund werden würde. Aber dennoch war es bei Gott anders beschlossen. Bei der sorgsamen Pflege genas sie allmählich wieder und zwar nicht nur körperlich, sondern auch geistig und seelisch. Zu unserer großen Freude konnten wir, sobald das heftige Fieber nachgelassen hatte, wahrnehmen, dass sie vollkommen klar war. Während sie sonst alle Freundlichkeiten ihrer Nebenmenschen fast gleichgültig hinnahm, wusste sie jetzt nicht, wie herzlich sie uns ihren Dank ausdrücken sollte. In tiefster Bewegung küsste sie Tante Mathildens Hände und versprach, von nun an ein neues Leben beginnen zu wollen. Sie war hoch erfreut, als wir sagten, dass sie so lange bei uns bleiben solle, bis sie sich erst wieder vollständig erholt haben würde. Als sie sich so wohlfühlte, um etwas tun zu können, bat sie Tante Mathilde, um die Erlaubnis, sich im Haushalte nützlich machen zu dürfen, und man sah, welche Freude ihr das machte. Aber Onkel, fiel Gerda ein, verstand sie das denn? Mariechen hat uns doch erzählt, dass sie früher auch zu diesen Arbeiten keine Lust gehabt hätte. So viel ich gesehen habe, stellt sie sich ganz geschickt dabei an. Dumm und ungeschickt ist sie auch früher keineswegs gewesen, es fehlte ihr eben nur Lust und Liebe zur Arbeit. Ist sie denn nun immer noch bei klarem Verstande? fragte ihn der Schwager. Vollständig! Oft geschieht ja nach einer schweren Krankheit oder auch nach einer Gemütserschütterung eine Wandlung zum Guten bei manchen Menschen und das ist nun auch bei der Soße der Fall gewesen. Wird sie sich aber auch nicht wieder allerlei dummes Zeug einbilden, wenn sie wieder allein leben wird? fragte Walter. Sie braucht nie wieder allein zu leben, beruhigt ihn hierüber der Onkel. Vorläufig bleibt sie den Winter über bei uns, erst wenn sie sich vollständig erholt und gekräftigt hat, vielleicht zum Frühjahr verlässt sie in ihre Heimatstadt zurück zu kehren. Dann wird sie wieder ein Stadtfräulein werden, riefen die Kinder erstaunt. Nicht auf ihren Wunsch, das Schicksal führt sie wieder dorthin. Ein Jugendfreund ihres Vaters, der durch einen Zufall von ihr und ihrem Geschick gehört hatte, besuchte sie bei uns und bat sie, ihm den Haushalt zu führen. Er ist Witwer, hat auch vor einem Jahre seinen erwachsenen Sohn verloren und steht nun wie Sose alleine da. Ihr jetzt so freundliches stilles Wesen gefiel ihm und Sose willigte mit Freuden ein. Ach, wie danke ich dem lieben Gott, dass er mich noch zu etwas haben will, sagte sie mit Freudentränen zu uns. Ich bin fest überzeugt, dass sie treu ihre Pflicht erfüllen und dem einsamen Mann das Leben so angenehm als möglich machen wird. Warum hat der Freund ihres Vaters sich denn aber nicht schon damals, als ihre Eltern gestorben und sie arm und verlassen war, um sie gekümmert, fragten die Kinder. Er weilte damals im Auslande, war auch wahrscheinlich nicht in der Lage, ihr helfen zu können, denn er soll dort erst sein großes Vermögen erworben haben. Mariechen sagte damals, die Sose wäre so alt wie ihre Mutter, erst 32 Jahre, dann ist sie ja auch zur Besserung noch nicht gerade zu alt, bemerkte jetzt Gretchen. Mein Junge, sich zu bessern und Buße zu tun, dazu ist man nie zu alt, erklärte der Onkel. Der allmächtige Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit nimmt den reugen Sünder zu jeder Zeit auf. Auch wenn er erst in der zwölften Stunde der zu seinem Herzen und ins ewige Vaterhaus führt. Das lustige Franzel Einen lustigeren Bub als Gärtners Franzel gab es im ganzen Dorfe nicht. Alt und jung hatte ihn daher gern und jeder Mann belustigte sich über seine munteren Streiche und drolligen Einfälle. Dabei war er auch fleißig und brav und gab seinen Eltern und Lehrern nie Grund zur Klage und Unzufriedenheit. Überall wo er sich hilfreich erweisen konnte, tat er es nicht lieber wie gern. Es machte ihm stets große Freude, wenn er seinem Vater beim Begießen der Blumen und beim Anbinden der Sträucher zur Hand gehen konnte. Ebenso war er auch bereit, auf seine jüngeren Geschwister acht zu geben, wenn die Mutter unbehindert ihren Obliegenheiten nachgehen wollte. Wie er mit allen gut Freund war, so stand er auch mit Jakob, dem Lehrlinge seines Vaters, auf bestem Fuße. Beide waren vertraute Freunde, obwohl der Jakob nächstens zwanzig und er noch nicht volle zwölf Jahre zählte. Der Lehrwursche war ein freundlicher, guter Mensch, aber etwas beschränkt, so dass ihm der kluge und geweckte Franz zweit überlegen war. Daher neckte er ihn auch oft in gutmütiger Weise und machte sich gelegentlich gern einen kleinen lustigen Spaß mit ihm. Fast alle Abende sah man die beiden einträchtig und vertraulich plaudernd vor dem Tor stehen. »Ja, siehst du, Franzel,« sagte Jakob eines Abends, als sie wieder dort zusammen Feierstunde hielten, »Zum Herbst hab ich ausgelernt, dann muss ich auch gleich Soldat werden. Wenn ich dann auf einmal auf Besuch hier komme, dann kann ich auch so stolz tun wie Müllers Karl. Meinetwegen sei so stolz, wie du willst, aber wenn du des Kaisers Rock trügst, dann darfst du auch nicht mehr so eine feige Memme sein und ausreißen, wenn eine Katze im Stroh raschelt und glauben, es hässe ein Spuk darin. Denn furchtsame Soldaten kann unser sollte. Aber hör mal, Franz, was fällt dir denn da eigentlich ein, rief Jakob höchst entrüstet. Ich nehme es wohl mit zehn Spuken aus, geschweige gar mit deiner Katze. Na, na, Jakobchen, tu doch nicht so beleidigt. Du weißt ganz genau, wie furchtsam und wie abergläubisch du bist. Verächtlich zuckte Jakob die Achseln und schwieg sie erhaben. Du, stieß ihn Franz nach einer Weile wieder an, heute ist Walpurgis Nacht, vergiss nur ja nicht Kreuze zu machen, damit dir in der Nacht die bösen Hexen nicht einen Besuch abstatten. Das ging dem Jakob nun aber doch über den Spaß. Er maß Franz mit einem stolzen Blick und ging entrüstet ab. Gute Nacht, schlaf wohl, du mutiger Held, rief ihm sein guter Freund lachend noch nach. Jakob tat aber, als hätte er nichts gehört und lief eiligen Schrittes ein Stück ins Dorf hinein. Sehr bald kehrte er aber wieder um und wollte, ohne Franz, der auf der Mauer saß, Beachtung zu schenken ins Tor hineingehen. Aber plötzlich blieb er erschrocken stehen. Was war das? Lehnte nicht dort am Lindenbaum eine weiße Gestalt? Mua, wie gruselte es ihm. Aber nein, mutig weiter. Vor dem albernen Franz durfte er sich doch keine Blöße geben und Furcht zeigen. Aber da bewegte sich die unheimliche Gestalt und schien gerade auf ihn zukommen zu wollen. Hilfe, Hilfe, schrie er jetzt von Entsetzen erfasst und stürmte wieder dem Ausgange zu. Schnell sprang nun Franz von der Mauer und war sogleich an seiner Seite. Was ist denn los? fragte er den verfurcht zitternden Jakob festhaltend. Sieh doch da, flüsterte dieser angstvoll, indem er mit der Hand nach der Linde deutete. »Tch, Nanu, die Madame wollen wir uns doch einmal in der Nähe ansehen«, rief Franz übermütig lachend. Mit einem Satz war an der Linde, ergriff die weiße Gestalt, die noch ebenso leblos wie vorhin dort stand, und warf sie wie ein Ball in die Luft. Dabei flog die weiße Umhüllung ab, und ein einfaches Bunt Stroh fiel zur Erde. »Gewiss hat jemand vorhin deine Prahlerei gehört und hat dich damit auf die Probe stellen wollen«, sagte Franz sich vor Lachen schüttelnd. Dieser jemand war aber kein anderer als er, der spaßlustige Franz selbst gewesen. Noch war aber Jakob dadurch nicht ganz so beruhigt, sein dummer Aberglaube, war nun wieder erwacht und erbart kleinlaut, »Franz, kannst du mir nicht ein Stück Kreide verschaffen? Ich möchte doch lieber Kreuze machen. Ich fürchte mich ja natürlich nicht. Es ist bloß wegen der alten Gewohnheit. Aha, lachte Franz. Du, Ausreden gelten nicht, worauf er ein Stück Kreide aus der Tasche zog. Sieh, das hab ich schon für dich mitgebracht. Und in übermütiger Lust bemalte er nicht nur Jakobs Kammertür, sondern auch seinen Rücken mit vielen großen Kreuzen. Nun ruhe sanft, du Ritter ohne Furcht, neckte er dann. Jetzt werden dir die Hexendamen gewiss nichts anhaben können. Und damit entfernte er sich, um auch sein Lager aufzusuchen. Jakob schämte sich am anderen Morgen seiner Furcht und war froh, dass Franz nicht wieder darauf zurückkam, sondern tat, als ob er es vergessen hätte. Dazu hatte der Schalk aber seine guten Gründe, denn ihm war doch ein wenig bange gewesen, dass Jakob ihn bei dem Vater verklagen und dass dieser dann sehr schelten würde, weil er ihm verboten hatte, ältere Menschen zu foppen. Aber da auch Jakob nichts weiter davon erwähnte, waren beide wieder die besten Freunde. Zu Franzens sonstigen Freunden und Gönnern gehörte auch der Freibauer Schulze. Obwohl dieser als ein zwar reicher, doch mürrischer, verknöcherter Geizhals im ganzen Dorfe bekannt war, so war er doch dem Franz gewogen, ebenso seine Frau. Beide freuten sich, wenn der lustige Junge sie zuweilen besuchte. Eines Tages schlenderte er mit mehreren seiner Kameraden vor des Schulzens Haus vorbei, als gerade eine große Molde mit Würsten und Speckseiten nach der Räucherkammer geschafft wurde. Durch die offenstehende Tür bemerkten dies die Knaben und blieben einen Augenblick stehen, um neugierig zuzusehen. »Hoch, seht nur, wie der Geizhals seine Vorräte wohlgefällig betrachtet, machte Kantors Wilhelm die anderen aufmerksam. Doch, er soll alle nach der Räucherkammer klettern, um nachzusehen, ob ihm über Nacht auch nichts von seinen Schützen gestohlen ist. »Wisst ihr,« lachte Brenners Karl, »es müsste einen Hauptspaß geben, wenn wir da eindringen und eine Wurst herunterholen könnten. Nachher können wir sie ihm ja wieder ins Fenster legen. »Warum gar nicht?« meinte Schmieds August. »Wenn wir sie erst haben, braucht sie der gierige Schulze nicht wieder zu bekommen. Wir freuen dann einen Arm damit, zur Strafe, weil er keinem Bittenden die geringste Gabe reicht.« »Ja, das ist wahr,« stimmten alle bei, »aber leider ist es nur die reine Unmöglichkeit, solchen Streich auszuführen.« »Ich würde mich freuen, wenn wir der armen alten Boten Lise eine Wurst oder ein Stück Speck verschaffen könnten,« sagte Franz lebhaft. »Nächstens werde ich Herrn Schulze besuchen und ihn so lange bitten und quälen, bis er mir etwas für die alte Lise gibt.« »Die Mühe kannst du dir sparen,« riefen die Jungen lachend. »Der und für die Arme eine Wurst geben? Nicht einmal ein Stück trockenes Brot würde er gutwillig rausrücken.« »Ach was, tut er es nicht gutwillig, so brauche ich Gewalt. Ich sage euch, »Nee, nee, darauf wollen wir nur nicht wetten, du würdest ja doch ganz sicher verlieren,« riefen die Jungen einstimmig. »Ihr könnt ruhig wetten, ich sage euch, dass ich nicht verlieren werde,« beharrte Franz. »Schön, wenn du deiner Sache so sicher bist, uns kann es schon recht sein.« Und damit schlugen alle in Franzens dargebotene Rechte ein und die Wette war beschlossen. Als Schulzens am Nachmittage desselben Tages bei frischen Speckkuchen und Kaffee saß, trat Franz mit sehr vergnügtem Gesicht ein. »Ach, schönen guten Tag, Franzel,« erwiderte Frau Schulze seinen freundlichen Gruß. »Das ist recht, dass du dich wieder einmal sehen lässt,« bewillkommte ihn auch Herr Schulze sehr wohlwollend. »Du bist sehr lange nicht bei uns gewesen. Wir dachten schon, du hattest Leute ganz vergessen.« Frau Schulze holte dann sogleich eine große, bunt bemalte Tasse aus dem Glasschrank, schenkte ihrem kleinen Gast von dem süß gemachten Kaffee aus der gewaltigen Familienkanne ein und schnitt ein riesiges Stück Speckkuchen für ihn ab. Franz ließ es sich sehr wohl schmecken und schnackte immerwährend vom Hundertsten ins Tausendste. Er wusste mit seinem fröhlichen Geplauder und seinen spaßigen Einfällen die beiden Alten so zu erheitern, dass selbst der sonst so mürrische Schulze herzlich lachen musste. »Komm nur recht bald wieder, Franzel!« lud ihn Frau Schulze ein, als er sich nach einer Stunde wieder verabschiedete. »Du bist so ein spaßiger Bub und wir alten Leute haben gern einmal etwas zum Lachen!« »Tja, ich will so oft kommen, wie Sie es wünschen!« antwortete Franz mit pfiffigem Lachen. »Wenn sie mir nur für die arme boten Liese die kleinste von ihren vielen Würsten oder ein Stück Speck geben wollten! Sie ist schon so alt und schwach und muss sich ihr Brot so schwer verdienen!« »Nein, Junge, damit hast du kein Glück!« wehrte der dicke Schulze eifrig ab. »Für die Alte wäre meine schöne Wurst dann doch wohl zu schade!« »Ach, bitte, bitte, lieber Herr Schulze!« drang Franz immer wieder in ihn ein. Aber vergebens, Herr Schulze blieb bei seiner Weigerung. »Na, warten Sie nur, Herr Schulze, nächstens werde ich Ihrer Räucherkammer einen Besuch abstatten und mir die Wurst schon selber holen!« drohte Franz lachend. »Tja, meinetwegen, du Schlingel, wenn du das Kunststück fertig bekommst!« schmunzelte der Geiz Salz im Gefühl größter Sicherheit. »Den Schlüssel zur Räucherkammer trage ich stets in meiner Tasche. Wenn du ihn da raus bekommst, magst du dir gerne eine herunter holen!« »Na, Fränzchen, dann versuche nur dein heil!« ermutigte ihn Frau Schulze. »Sie war durchaus nicht geizig, wie er lieber Gatte, und hätte gern manchem Arm meine Gabe gereicht, wenn sie nur gedürft hätte.« Daher dachte sie jetzt auch im Stillen, »ich wünschte wirkliches Gelänge dem Kobold, pfiffig genug ist er, und er kann immer etwas aussehen, worauf kein anderer kommt.« Und nach seiner Heimkehr suchte Franz sogleich seinen guten Freund Jakob auf. »Höre, Jakob, ich hab dir schon so oft geholfen,« redete er ihn an. »Willst du mir jetzt auch einen Gefallen tun?« »Ja, gewiss, sehr gern, Franzl. Sprich, was kann ich für dich tun?« Sehr leise flüsternd, damit es nur ja niemand hörte, erzählte nun Franz dem aufmerksam zuhörenden Jakob von seiner Wette und was er sich ausgedacht habe, um diese zu gewinnen. »Gehe morgen früh zu deiner Base, zur Schulzens Derte,« brachte er dann sein Anliegen vor, »aber ganz zeitig nach dem Kuhstall, wenn sie und der August die Kühe melken. Dabei haben sie immer die Stalltüre auf, um besser zu beobachten, was im Hofe vorgeht. Du machst dann die Türe zu und unterhältst ich mit den Beiden so eifrig, dass sie nicht darauf achten, wenn ich leise ins Haus gehe und mir den Schlüssel aus des Schulzens Tasche hole. Na, vielleicht wäre es dir auch möglich, mir noch heute einen Anzug von Dörten zu verschaffen. »Hm, soll alles pünktlich geschehen, das wird ja ein Hauptspaß,« nickte Jakob verschmitzt lachend. »Ich rede der Dörte vor, dass ich mich auskleiden wolle. Sie ist ja noch Freundschaft mit mir und tut mir sicher sehr gern den Gefallen. Der Schulze soll die beiden, den August und die Dörte ja schon ganz früh gleich nach zwei Uhr wecken, flüsterte Franz weiter. Dann sich wieder zu Bett legen und fest wie ein Murmeltier weiterschlafen. Darum bin ich auch sicher, die Wette zu gewinnen. Pünktlich hielt Jakob sein Versprechen. Noch am Abend war Franz im Besitz von Dörtens Anzug und in aller Herrgotts Frühe begab sich sein treuer Bundesgenosse nach des Schulzens Wohnung und tat genau nach Franzens Anweisung. Ganz leise und unbeachtet war dieser dann näher getreten, hatte behutsam die Tür des Zimmers geöffnet und aus der am Nadel hängenden Jacke des festschlafenden Schulzen den Schlüssel genommen. Flink wie der Wind war damit die Treppe zum Räucherboden hinaufgeeilt, während Herr Schulze ruhig weiterschneichte. Schon nach wenigen Minuten war er dann mit seiner Beute zurückgekehrt und damit an des Schulzen Bett getreten, in dem er frohlockend rief »Schönen guten Morgen, Herr Schulze« und dabei die lange Wurst vor seinen Augen tanzen ließ. Noch schlaftrunken richtete sich diese aus seinem Träumen so unsanft geweckt er in die Höhe und wütend rief er dann beim Anblick seines Schatzes »Infamer Schlingel, wie kommst du zu meiner Wurst?« Als es ihm endlich klar wurde, dass es eine von den Seinen war, die Franz jetzt so vergnügt hoch in der Luft schwenkte. »Gib sie gleich wieder her, oder?« »Na, aber Herr Schulze, Sie müssen doch ihr Wort halten«, fiel Franz mit fröhlichem Lachen ein. »Denke gar nicht daran, du Lümmel, du augenblücklich!« »Adieu, adieu, Herr Schulze, mit Ihrer gütigen Erlaubnis bringe ich der Liese sogleich diese Morgengabe.« Und damit lief der übermütige lachend mit seiner Beute davon und ließ den alten schelten und toben, so viel er wollte. Seine Freunde wunderten sich nicht wenig, als Franz ihnen seine Siegestrophäe, die dralle Wurst entgegen hielt. »Tach, seht, der Schlaukopf hat wirklich nun die Wette gewonnen!« jubelten die Jungen so laut, dass sie den Eintritt des Lehrers überhörten und sehr erschrocken waren, als sie ihn plötzlich auf seinem Platze bemerkten. Da der Lehrer nur die letzten Worte gehört hatte, erkundigte er sich zunächst nach der Veranlassung ihrer lauten Fröhlichkeit. Als dann der Erste von den Schülern mit mühsam unterdrücktem Lachen die Geschichte mit der Wurst berichtet hatte, sagte der Lehrer doch etwas strenge, um der guten Absicht willen und weil du vorher die Erlaubnis dem Herrn Schulze abgelistet hast, mag für dieses Mal der tolle Streich durchgehen, aber hüte dich, ein andermal alte Leute zu foppen, das schickt sich für einen jungen Burschen nicht. Ein ganzer Schwarm Knaben begleitete nachher Franz zu der alten Botenfrau, die ebenso überrascht und erfreut war über das unerwartete Geschenk. Solch ein lecker Bissen war ihr wohl noch nie geboten worden. Alle, die im Dorfe davon hörten, sagten, das ist dem reichen Geiz als ganz recht geschehen, er lebt im größten Überfluss und hat noch nicht die geringste Kleinigkeit für Notleidende gegeben. Das hat das schlaue Franzl wirklich gut gemacht, er ist ein aller Welts jung und verdient es, dass man ihm gut ist. Alle waren ihm gewogen, nur einer war da, der ihn nicht liebte. Das war aber leider der Sohn des Brotherrn seines Vaters, des Herrn von Wallers Brunnen. Gut, war, er wies zuweilen den Söhnen der Beamten seines Vaters die Ehre, sie aufzufordern, mit ihm im Freien zu spielen. Vor einigen Monaten hatte auch noch Franz zu diesen Auserwählten gehört, aber plötzlich hatte ihm der kleine Herr durch eine Veranlassung diese Gunst entzogen, obwohl er genau wusste, dass er selbst nicht nur allein die Schuld trug, sondern auch seinem heiteren Spielgefährten bitteres Unrecht getan hatte. Der kleine Tyrann nahm es als selbstverständlich an, dass sich alle als seine Untergebenen vor ihm beugten und sich wie Prügeljung von ihm behandeln ließen. Alle anderen Knaben, die ihn auch als ihr Oberhaupt betrachteten, ließen sich willig von ihm unterdrücken und beherrschen. Nur Franz tat dies zu kurz großem Verdrusse nie. Er hatte einen viel zu geraden Charakter, um Unterwürfigkeit heucheln zu können. Er nahm sich sogar auch noch der anderen an, wenn er sah, dass ihnen Unrecht geschah und ließ sich auch nicht einschüchtern, wenn der junge Herr wütend ausrief, Vergiss nicht, wen du vor dir hast und dass du nur der Sohn des Dieners meines Vaters bist. Aus solche albernen, hochmütigen Reden entgegnete dann Franz ganz unerschrocken Das gehört dir nicht her. Recht muss recht bleiben, selbst wenn du der Kaiser wärst. Eines Tages hatten die Knaben wieder alle im Garten Ball geschlagen, wobei Kurt fast jedes Mal verloren hatte. Hierüber sehr erregt, hatte er des Brenners Hermann die Schuld daran zugeschoben und diesem höchst ärgerlich zugerufen, Wenn du weiter so ungeschickt spielst, dann jage ich dich davon. Geduldig hatte der stille Hermann diese ungerechte Beschuldigung über sich ergehen lassen, ohne sich mit einem Worte zu verantworten. Doch Franz hatte den kleinen Despoten sehr vorwurfsvoll angesehen, aber noch hatte er auch sein Verdruss nicht staut werden lassen. Aber als Kurt dann weiter verlor und fortfuhr bald den einen, bald den anderen zu beschuldigen und zuletzt dem Hermann sogar eine derbe Ohrfeige versetzte, da vermochte Franz nicht länger an sich zu halten. Tja, pfui, wie schlecht, rief er in heller Entrüstung aus. Nicht nur deine eigene Schuld schiebst du dem armen Hermann in die Schuhe, nun schlägst du ihn da auch noch. Schweigfrecher Lämmel, donnerte ihn Kurt an. Oder? Und dabei hob er drohend die Hand, in der er die Krücke hielt, in die Höhe. Ja, probiere es nur, sagte Franz in ruhigem Tone. Außer sich vor Wut stürzte sich jetzt der kleine Wüterich auf Franz los, und hätte dieser nicht mit seiner Krücke den Schlag geschickt aufgehalten, so hätte ihn Kurt Hieb sicher übel zugerichtet. Stattdessen rützte nur Franzens Ballkrücke des Gegners Backe, sodass wirklich ein paar Blutstropfen herauskamen. Das war aber nun ein Unglück. Laut wehklagend lief Kurt zu seinem Vater und berichtete unter zeter Geschrei, dass ihn der grobe Franz blutig geschlagen habe. Darüber war natürlich er von Wallers Brun sehr ungehalten. Ohne auf Franzens Beteuerung, dass er daran unschuldig sei, dass ihm der Kurt den Stock aus der Hand geschlagen hätte zu hören, schallte der erzürnte Vater ihn einen rohen Bengel und befahl ihm streng, sich hier nie wieder sehen zu lassen. Obwohl die anderen Jungen ganz genau wussten, dass dem Franz das größte Unrecht geschah, so wagte doch keiner, den Sohn des Gebieters Lügen zu strafen. Und der arme unschuldige Franz musste mit Schimpf und Schande davonziehen. Sein Vater war natürlich sehr erschrocken, als ihm der betrübte Sohn das Geschehene klagte, denn er fürchtete, dass ihm und seiner Familie viele Unannehmlichkeiten daraus erwachsen könnten. Am anderen Tage hat ihn dann auch Herr von Wallersbrunn sehr barsch mit den Worten angeredet, halten Sie nur Ihren rohen Buben ja strenge und lassen Sie ihn nicht immer allen Willen, sonst werden Sie sicher einmal erleben, dass er ein richtiger heraufbold wird. Der arme Vater hätte jetzt so gern seinen Sohn verteidigt und erklärt, wie sich die Sache genau verhielt. Aber der abhängige Mann musste an seine Familie denken und seinem Brothern gegenüber im Gefühl seines guten Rechtes schweigen. Er wusste, dass sein Franz die Wahrheit sagte und ihn noch nie belogen hatte. Dasselbe war auch Kurt bekannt und er wusste auch ganz genau, nicht Franz, sondern er der Übeltäter gewesen war, aber dennoch schlug ihm das nicht aufs Gewissen. Er verfolgte vielmehr seinen einstigen Spielgefährten mit tiefem Hass. Auch seinen Vater wusste er immer mehr gegen ihn einzunehmen, der bisher den fröhlichen hübschen Knaben sehr gern gehabt hatte. Es war wohl schon über ein halbes Jahr seit dem Streit der beiden Knaben vergangen, als Franz eines Tages von seinem Vater mit einer eiligen Bestellung in das nächste Dorf geschickt wurde. Munter ein Liedchen vor sich hin pfeifend, ging er durch den Wald. Plötzlich sah er Kurt auf einem Pferde angaloppiert kommen. Anfänglich fiel ihm dabei weiter nichts auf, denn er wusste, dass Kurt gern durch den Wald im wilden Trabe ritt. Bald aber musste er zu seinem Schrecken wahrnehmen, dass dies nicht mit Absicht war, sondern dass das Pferd mit ihm durchgegangen war und dass sich Kurt nur mit größter Anstrengung im Sattel festhalten konnte. Ganz in der Nähe befand sich ein reißender Fluss und auf diesen raste das wilde Tier los. Da gab es keinen Besinn mehr, denn schon in wenigen Minuten wäre Ross und Reiter verloren gewesen. Mutig und die eigene Lebensgefahr nicht achtend stürzte der wackere Franz dem tollen Pferd entgegen. Seiner großen Gewandtheit und Schnelligkeit gelang es auch wirklich, Dann lief das wilde Geschöpf in rasendem Lauf weiter, geradezu in den Fluss hinein, und es war alsbald von dem Stromer fortgetrieben. Kurt war vom Pferd auf die Erde gesunken und blieb stöhnend mit geschlossenen Augen liegen. Hast du dich beschädigt? fragte Franz, mitleidig über ihn gebeugt. Gewiss hab ich mir beim Herabspringen den Fuß verrenkt oder vielleicht auch gar gebrochen, jammerte Kurt. Vergebens bemühte sich Franz ihn aufzurichten, aber mit einem lauten Wehschrei sank er wieder auf die Erde. Tja, dann weiß ich wirklich weiter keinen Rat, als dich hier so lange allein zu lassen, bis ich Hilfe geschafft habe, sagte Franz. Wenn ich schnell zu deinen Eltern laufe und sie von deinem Unfall benachrichtige, kann ich in einer halben Stunde wieder bei dir sein. Ach ja, bitte, tu das, bat Kurt jetzt sehr demütig. Sofort erfüllte Franz seinen Wunsch und war in kaum zwanzig Minuten wieder bei ihm. Obwohl Kurt große Schmerzen erlitt, so vergaß er doch nicht, Franzen für seine Hilfe herzlich zu danken. Ach, Franz, wie bist du doch er immer wieder. Bald kam dann auch sein Vater mit seinem Diener angefahren und beide hoben den jammernden Kurt vorsichtig in den Wagen und fuhren langsam mit ihm nach Hause. Der eiligst herbeigerufene Arzt konnte Kurt und seine Eltern beruhigen, dass der Fuß nicht, wie sie gefürchtet gebrochen wäre, sondern nur eine schlimme Verrenkung erlitten hätte. In kurzer Zeit wird alles wieder in Ordnung sein, hatte er dann tröstend gesagt und Kurt Ruhe an strenge Befolgung seiner ärztlichen Vorschriften anempfohlen. Als die Schmerzen, die sich zuerst noch steigerten, nachgelassen hatten, dachte Kurt wieder an Franzens Güte und Opfermut und er fühlte sich zutiefst beschämt. Zu den Körperschmerzen quälte ihn auch noch sein böses Gewissen und er konnte nicht eher Ruhe finden, bis er seinem Vater alles gestanden hatte. Sich selbst anklagend bekannte er nun auch die volle Wahrheit. Da war nun Herr von Wallersbrunnen sehr böse und nur des Sohnes aufrichtige Reue konnte den erzürnten Vater wieder besänftigen, der nichts mehr hasste als einen unlauteren und unwahren Charakter. Schäme dich, sagte er, deinen Spielkameraden, den ich immer für einen guten Jungen gehalten habe, so schändlich zu verleumen und deine Eltern zu belügen. Das beweist eine ganz gemeine, niedrige Gesinnung, deren ich dich nicht für fähig gehalten habe. Kurt war sehr zerknirscht und tief betrübt. Unter Tränen bat er seinen Vater um Verzeihung, indem er heilig gelobte, sich nie wieder dergleichen zu Schulden kommen zu lassen. Ich werde sogleich den Franz rufen lassen und du wirst ihn in meiner Gegenwart um Verzeihung bitten und ihm gebührend danken für seinen opferwilligen Beistand, den er dir unter Gefahr seines eigenen Lebens mit so bewundernswürdigem Mut geleistet hat. Gebot jetzt Herr von Wallers Bonn. Dazu war Kurt auch von Herzen gern bereit und es wurde sogleich nach Franz geschickt. Als der Gerufene nach einer knappen Viertelstunde bei Kurt eintrat, streckte ihm dieser beide Hände entgegen, dankte ihm zuerst sehr herzlich und bat ihn dann inständigst um Verzeihung, indem er die freundliche Bitte hinzufügte, doch wieder sein Freund sein zu wollen. Mit warmem Händedruck versicherte Franz, dass er keinen Groll gegen ihn gehegt habe und ihm gern ein guter Freund werden wolle. Auch Herr von Wallers Brunn, der zugegen geblieben war, reichte Franz herzlich die Hand und sagte, ihm die Backen klopfend, du bist ein braver Junge und hast durch deine edle Denkweise Kurt tief beschämt und feurige Kohlen auf sein Haupt gesammelt. Ich will hoffen, dass er deine Güte durch wahre Freundschaft vergelten wird. Kurt war nun dadurch von seinem Hochmut und Dünkel vollständig geheilt und er gab sich wirklich redlich Mühe, das Geschehene wieder gut zu machen. Er sah auch in den anderen Söhnen der Beamten seines Vaters nicht mehr die tief unter sich stehenden, sondern behandelte sie von jetzt an alle wie seine Kameraden. Sein bester Freund und seine liebste Gesellschaft blieb aber das lustige Franzel, wie er und seine Eltern ihn nun auch nannten. von Wallers Brunn fand großes Wohlgefallen an dem klugen, geweckten Jungen und er versprach seinem Vater, für eine gute, seinen Fähigkeiten entsprechender Erziehung sagen zu wollen. Erhalte dir immer deinen fröhlichen und rechtschaffenen Sinn, mein Junge, dann wird dir nie die Liebe und Wertschätzung deiner Mitmenschen fehlen, sagte er, indem er ihm eine silberne Uhr mit Kette als Anerkennung für die seinem Sohne geleisteten Dienste überreichte. Die Holzpuppen Ganz am Ende einer mittelgroßen Stadt stand ein zierliches, im Schweizer Stil erbautes Häuschen, umgeben von einem reizenden kleinen Gärtchen. In diesem blühten zur Sommerzeit die prächtigsten Rosen, ja selbst bis in den von den aller kleinsten an bis zu den hochstämmigsten waren sie hier in seltener Schönheit zu sehen. Eine üppige Dornrosenhecke bildete den Zaun dieses wunderniedlichen Gärtchens und das Ganze sah so entzüppend aus, dass alle vorübergehenden Bewundern stehen blieben. Daher war das schmucke Häuschen allgemein unter dem Namen das Rosenhäuschen bekannt. In diesem kleinen Paradiese wohnte Herr Burchardt mit seiner Gattin und seinen beiden Zwillingstöchtern Ada und Ella. Die beiden kleinen Mädchen kamen sich hinter ihrer Rosenhecke beinahe wie Dornröschen vor und ihre Schulfreundin nannten sie auch scherzweise so. Sie hatten es aber viel besser als Dornröschen, denn sie brauchten nicht hundert Jahre zu schlafen und zu warten, bis ein Prinz kam und sie erlöste. Galustig konnten sie zwischen ihren Rosenbeeten umherspringen und sich des Lebens freuen. Wie das bei Zwillingsschwestern häufig vorkommt, sahen sich Ella und Ada so ähnlich, dass sie Fremde nicht unterscheiden konnten. Beide waren blonde Lockenköpfchen mit frischen zarten Gesichtchen und munteren blauen Augen. Sie liebten sich beide innig und waren immer ein Herz und eine Seele. Auch zu ihren Schulfreundin waren sie stets nett und verträglich. Daher war es diesen auch ein großes Vergnügen, zu Ada und Ella nach dem Rosenhäuschen zu wandern. Da spielte es sich so schön Reifen und Ball und gar erst Verstecken hinter den dicken Rosenbüschen und in den Ställen des sauberen Hofes. Dazu bewirtete die gute Mama Burchardt die kleinen Gäste mit frischer Milch, Zwieback und An einem Sonnabend Nachmittag saßen die beiden Schwestern unter einem schattigen Nussbaum und schneideten für ihre Lieblingspuppe Röschen ein weißes Batistkleid. Diese ungewöhnlich große und sehr schöne Puppe hatten sie von ihrer Großmama zu Weihnachten bekommen, zugleich mit einem zierlichen Koffer, worin sich Stoffe und Schnitte zu Kleidern und Wäsche befanden. Darüber waren sie natürlich hoch erfreut gewesen und wetteiferten nun darin, dem Röschen die reizendsten Sachen anzufertigen. Die beiden kleinen Mädchen waren sehr geschickt und fleißig. Wollen wir morgen Röschens Geburtstag feiern und die Mama bitten, dass wir uns Grete und Elsa einladen dürfen? Schlug Ada sehr lebhaft vor. Ach nein, das wollen wir lieber nicht, lehnte Ella ab. In acht Tagen ist ja unser Geburtstag, dann muss doch Rosa zuerst ihr neues Kleid anziehen. Ja, du hast recht. Weißt du Ella, mir ist so, als wenn wir diesmal zu unserem Geburtstag eine ganz besondere Überraschung haben würden. Wieso denn? fragte Ella verwundert. Wir werden doch immer von den Eltern, von der Großmama und den Tanten sehr überrascht und erfreut. Ich meine, wir könnten sehr zufrieden sein und es uns gar nicht besser wünschen. Ach du, so meine ich es auch gar nicht. Es ist mir nur so, als ob sich etwas ereignen müsste, das wir nicht ahnen können. Nein, Ada, du hast doch wirklich zu oft possierliche Einfälle, lachte jetzt Ella hell auf. Sieh, da kommt der Briefträger, der bringt dir vielleicht schon die ungewöhnliche Überraschung, setzte sie neckend hinzu. Beide lachten herzlich und arbeiteten emsig weiter. Hm, von wem wohl die Eltern einen Brief bekommen haben? Begann Ada nach einer Weile wieder. Dann ging ich hinein und fragte, wenn ich nicht fürchtete, wegen meiner neugierde Schelte zu bekommen. Tja, das könnte dir dann auch gewiss nichts schaden. Die Eltern werden es uns schon von selbst sagen, wenn etwas für uns in dem Briefe steht. Ella, Ada, ließ sich jetzt der Ruf der Mutter vernehmen. Schnell legten die beide das Nähzeug aus der Hand und flogen ihm nur die Stufen der Veranda, wo die Eltern saßen, hinauf. Kinder, hört einmal, welche freudige Nachricht wir soeben erhalten haben, rief ihnen der Vater sehr vergnügt entgegen. Onkel Eduard kommt in den nächsten Tagen. Wie herrlich, dann ist er gewiss noch zu unserem Geburtstag hier, jubelten beide. Hoffentlich bleibt er noch viel länger, wir wollen alle sorgen, dass er sich wohl bei uns fühlt, entgegnete der Vater. Ada und Ella hatten den Onkel viele Jahre nicht gesehen, sie erinnerten sich daher kaum noch seine. Er war des Vaters einziger Bruder, der jetzt aus fernem Lande heimkehren wollte. Ob er dort etwas vor sich gebracht hatte oder nicht, davon hatte er nie in seinen Briefen gesprochen, daher wusste auch sein Bruder nicht einmal, wie es um seine Vermögensverhältnisse stand. Er hatte ihm nur mitgeteilt, dass er keine Not leide und sich ganz wohl dort fühlen würde, wenn er nur nicht zu oft die Sehnsucht nach diesen fernen Lieben ergriffe. Von seiner Rücke hatte er bisher noch nichts erwähnt, daher hatte diese Nachricht, sie seien sehr überrascht und hoch erfreut. Am Montag erzählten Ella und Ada allen Kindern in der Schule, dass ihr Onkel käme und lange bei ihnen bleiben würde. Oh, was seid ihr für Glückskinder, was wird euch alles mitbringen, riefen einige neidisch. Ja, ihr könnt wohl lachen und euch freuen, sagten wieder andere. Gewiss freuen wir uns, aber nicht auf die Geschenke des Onkels, sondern auf ihn selbst, antworteten auf solche Reden der Mitschülerin die Schwestern. Alle Tage hieß es nun im Rosenhäuschen, ob der Onkel wohl heute kommt, bis der ersehnte Gast endlich angelangt war. Als Ella und Ada Mittwoch aus der Schule kam und singend durch den breiten Rosengang tanzten, rief ihn die Mutter entgegen, Kinder, kommt schnell, der Onkel ist da. Eilig liefen sie nun ins Haus, hängten hastig ihre Schultaschen und Hüte auf und folgten der Mutter in das Wohnzimmer, um den Angekommenen zu begrüßen. Schüchtern aber blieben sie an der Türe stehen, denn dieser stattliche wettergebräunte Herr, der neben Vater am Tische saß, war ihnen so fremd, als hätten sie ihn noch nie gesehen. Das sind wohl meine lieben Nichtchen. Mit dem freudigen Ausruf kam ihnen der Onkel sogleich entgegen, hob eine nach der anderen in die Höhe und küsste sie herzlich. Was seid ihr schon für große Fräulein, sagte er dann, die hübschen blühenden Kinder wohlgefällig betrachtend. Gewiss kennt ihr den alten Onkel gar nicht mehr, aber ich hoffe, ihr werdet mich ein wenig lieb haben, und wir werden bald die besten Freunde sein. Die kleinen Mädchen, die bisher in verlegenem Schweigen errötend, mit zu Boden gesenkten blickend vor ihm gestanden hatten, Die freundliche Ansprache und das herzgewinnende Wesen des unbekannten Onkels hatte jetzt ihre Schüchternheit besiegt. Ja, lieber Onkel, wir haben uns sehr auf deinen Besuch gefreut und wir wollen dich auch sehr lieb haben, versicherten jetzt beide, sich schon ganz zutraulich an ihn schmiegend. Jetzt geht nur wieder hinaus, Kinder, der Papa ist so glücklich, seinen lieben einzigen Bruder noch so langer Trennung wiederzuhaben, dass sie ihn heute ungestört für sich behalten muss. Und gehorsam entfernten sich die Kinder. Beide wurden unter sich darüber einig, dass der Onkel reizend sei und gar nicht alt, sondern noch sehr schön aussehe. Sie hatten ihn sich so ganz anders vorgestellt, da doch älter wie der Vater war, als ein Mann mit grauen Haaren und mit einer Brille. Nun hatte er noch und sah wirklich auch jünger als der Papa aus. Der Onkel hätte allen Grund gehabt, sich sehr geschmeichelt zu fühlen, wenn er hätte hören können, wie begeistert die Nichten von ihm sprachen. Bei Tische scherzte und plauderte der liebenswürdige Onkel viel mit ihm. Er hatte seine Freude an ihren munteren Antworten und ihrem bescheidenen artigen Wesen. Wie alt seid ihr leben Mädchen denn schon? fragte er nächsten Tage. Wir werden zwölf Jahre, erwiderte Ella. Wann ist denn euer Geburtstag? Am Sonntag. Ei der Tausend, am Sonntag also. Na, da wollen wir auch schön feiern. Wie wäre es mit einer lustigen Landpartie bei diesem herrlichen Wetter? Och, das wäre sehr schön, lieber Onkel, aber die Mama hat uns erlaubt, einige unserer Schulfreundinnen einzuladen. Na, gut, dann nehmen wir gleich zwei oder auch drei Wagen und fahren dahin, wo es euch am besten gefällt. Ich werde für alles Sorge tragen, auch Musik bestellen und einen gedeckten Tisch mit Schokolade und Kuchen nicht vergessen. Sagt nur gleich, wohin es gehen soll, damit ich die festlichen Vorbereitungen noch heute treffen kann. In Blumenfelde, da ist es sehr schön. Alle Sonntage sind Würfelboden, Seiltänzer und vielerlei andere Vergnügungen dort, auch große Spielplätze. Schön, schön, Kinderchen. Wir fahren also nach Blumenfelde. Ladet nur so viele Freundinnen, wie ihr wollt, dazu ein, bittet aber gleich die Eltern, dass sie nicht so früh abgeholt werden. Sagt nur, ich würde sie alle beschützen und sie Punkt zehn Uhr selbst nach Hause fahren. Tja, war das nun aber ein Jubel und eine Freude. Auch die Freundinnen waren entzückt über eine so frohe Aussicht und alle sahen mit den größten Erwartungen dem Sonntage entgegen. Am anderen Tage wollte sich der gute Onkel sogleich nach Blumenfelde begeben, um alles aufs Beste auszurichten. Warte damit lieber noch bis morgen, wendete aber der Vater ein. Die Sonne sticht so, es könnte Regen und Gewitter geben, und dabei würde die Partie doch unmöglich sein. »Ja, das wäre sie dann allerdings«, stimmte der Onkel bei. »Es würde mir aber schrecklich leid tun, wenn den Kindern diese Freude vereitelt werden sollte. Es werden ihnen im Leben noch oft Freuden und Hoffnungen zerstört werden, es ist ihnen daher sehr dienlich, wenn sie sich ohne Murren in das unabänderliche fügen lernen«, bemerkte der Vater. Und die Befürchtungen betreffs des Regens trafen auch wirklich noch vor Abend ein. Es regnete so entsetzlich, als sollte wieder eine Sintflut über die Erde kommen, und es hörte die ganze Nacht und auch den folgenden Tage nicht mehr auf. »Wie schade, lieber Onkel«, sagten die Kleinen betrübt, »bei dem Wetter kann doch nichts aus unserer Landpartie werden. Nein, Kinderchen, morgen leider nicht, wir müssen dies Vergnügen nun schon verschieben und für euren Geburtstag etwas anderes ersinnen. Der Onkel freute sich, dass die beiden weder klagten noch morten, nur ein wenig niedergeschlagen, aber freundlich wie immer waren. »Ich will die vernünftigen guten Kinder dafür zu ihrem Wiegen Feste auch recht überraschen und erfreuen, sagte Onkel Eduard zu seinem Bruder. Sie haben von mir bis jetzt noch nichts weiter als eine Tüte Konfekt bekommen, weil ich mir ihre Liebe nicht durch Geschenke erwerben wollte. Dessen bedurfte es auch nicht, sie liebten dich so gleich schwärmerisch, lächelte der Vater. Am Sonntag früh hatte der Regen wohl nachgelassen, aber die Landwege waren aufgeweicht und an eine Spazierfahrt daher nicht zu denken. Die gütige Mama hatte im Wohnzimmer einen mit Blumen und Geschenken schön geschmückten Geburtstagstisch für die Töchterchen hergerichtet und auch ein prachtvoller großer Kuchen, der doch bei allen Kindern eine Hauptsache ist, der fehlte nicht. Wo bleibt nur Eduard? fragte die Mutter. Er sagte gestern, dass er die Mädchen sehr überraschen wollte, gewiss wird er doch seine Bescherung auch beilegen wollen. Oh nein, das will er eben nicht, erwiderte lächelnd der Vater. Er sagte mir vorhin, dass er sich bei unserem Aufbau nicht beteiligen werde, jedenfalls hat er es wieder auf einen Scherz abgesehen. Guten Morgen, ihr Leben, ließ sich jetzt des Onkels kräftige Stimme vernehmen. Ach, der feine Tisch, ich darf wohl die Geburtstagskinder rufen. Ohne eine Antwort abzuwarten, war auch schon zur Tür hinaus, trat aber bald wieder an jedem Arm eines der Mädchen herein und führte sie zu dem geschmückten Geburtstagstisch. Beim Anblick der vielen Herrlichkeiten war nun die Freude groß. Vergessen war die verregnete Landpartie, worüber sie heute früh noch sehr betrübt gewesen waren. Oh, sieh doch dies reizende Kleid, diesen entzückenden Hut und dieses allerliebste Arbeitskästchen, so jubelten sie sich gegenseitig immer zu. Als sie nun auch das Tennisspiel, die hübschen Geschichtsbücher und die verschiedenen Kleinigkeiten gebührend bewundert hatten, trat der Onkel mit einem riesig großen Paket heran. Hier, meine lieben Nichtchen, lasst auch mein kleines Angebinde ein bescheidenes Plätzchen unter euren vielen Herrlichkeiten finden, sagte er mit höchst feierlicher Mähne und mit einem Gemisch zwischen Ernst und Scherz. In einem so umfangreichen Pakete kann doch unmöglich ein kleines Geschenk sein, philosophierten die glücklichen Geburtstagskinder. Hastig wollten sie es öffnen, aber das war durchaus nicht so leicht. Wohl zehnmal war es mit einem dicken grauen Papier umwickelt und jedes Mal fest mit Bindfaden verschnürt. Endlich war die letzte Schnur gelöst, aber nun ratet einmal, was da zum Vorschein kam. Zwei große, bemalte, steife Holzpuppen, Na ja, jedenfalls werdet ihr, liebe Hörer, solche Art Puppen ebenso wenig kennen wie Ada und Ella. Sie stammen noch aus der Zeit, wo es noch keine so kunstvollen Spielsachen wie heute gab. Vor vielen, vielen Jahren konnte man sie in kleineren Städten auf den Märkten und in den Spielwarenläden kaufen. Auch Frauen gingen mit ganzen Kerben voll dieser gräulichen Dinge hausieren. Sie waren von einer abschreckenden Hässlichkeit mit bunt bemalten Kleidern und Schürzen und ein Hut mit Hühner und Taubenfedern verziert, das gleich fest auf dem Kopfe. Inwendig waren Erbsen, die gar gewaltig klapperten, wenn man hin hin und her schüttelte. Sehr verwundert und mit großen Augen sahen Ella und Ada bald sich und bald die Puppen an, weil sie nicht wussten, was sie zu einem solchen Geschenke sagen und was sie überhaupt damit anfangen sollten. Aber, meine lieben Mädchen, freut ihr euch denn gar nicht? rief jetzt der Onkel sich gewaltsam zum Ernst zwingt. Ich habe diese wundernidlichen Puppen bei unserem verstorbenen Schwesterchen gesehen und weil ich sie stets so reizend fand, so habe ich sie extra für euch anfertigen lassen. Da ich nicht in der Lage bin, euch reiche Geschenke zu machen, dachte ich euch mit dieser Kleinigkeit eine große Freude zu bereiten, aber oh weh, nun scheinen sie euch gar nicht zu gefallen und ihr werdet dabei sah die Kleinen so traurig an, dass es ihnen von Herzen leid tat, den guten Onkel betrübt zu haben. Er hatte doch die Absicht gehabt, sie zu erfreuen und da er nicht reich war, konnte er doch nicht viel für Geschenke ausgeben. Wie kannst du nur so etwas von uns denken, liebes Onkelchen, riefen beide zugleich, flogen ihm um den Hals und dankten ihm so herzlich, als ob er ihnen die größte Freude gemacht hätte. Nur weil wir solche Puppen nicht kennen, waren wir so erstaunt, entschuldigten sie sich. Lachend betrachtete jetzt der Vater die sonderbaren Puppen und sagte dann, aber lieber Eduard, zu diesem Spielzeug sind die Mädchen doch schon wohl ein bisschen zu groß. Ich habe diese kleinen widerwärtigen Dinger von unserer Kindheit noch im Gedächtnis und ich erinnere mich auch, wie wir wilden Buben unser verstorbenes Schwesterchen damit geneckt haben. Jawohl, wir unartigen übermütigen Rang warfen sie hoch in die Luft, ließen sie Purzelbäume schießen und hörten nicht eher auf, die Kleine zu ärgern, bis sie bitterlich weinte. Ach, wenn es Brüder so machen, dann ist es nur gut, dass wir keine haben, dann, meinten Ada und Ella. Nun, Kinder, wenn ihr nicht mehr damit spielen könnt, dann nehmt sie zum Andenken auf, sagte nun der Onkel. Nachher werde ich euch noch einige Kunstgriffe daran erklären. Beide besahen daraufhin die Puppen von allen Seiten, da sie aber durchaus nichts Kunstvolles daran entdecken konnten, stellten sie dieselben zu den anderen Geschenken auf den Geburtstagstisch. Wenn nur am Nachmittag keiner von unseren Gästen über sie spotten und lachen möchte, das würde doch den Onkel sehr verletzen, bemerkte Ada zur Mutter, als der Vater mit dem Onkel hinaus gegangen war. Tja, das wäre sehr Unrecht und würde von wenig Zartgefühl zeugen, wenn eure Freundinnen sich darüber lustig machen wollten, denn ein Geschenk, wie es auch immer sein möge, muss man in Ehren halten und die gute Absicht des Gebers, uns Freude machen zu wollen, anerkennen, belehrte die Mutter. Beim Mittagessen zeigte der Onkel wieder die froheste Laune. Er war sogar ausgelassen heiter und trieb mehr denn sonst seine Späße mit den Nichten. Wie geht es denn meinen schönen Puppen? fragte er, als ihm die Kinder eine gesegnete Mahlzeit wünschten. Holt sie einmal schnell her, damit ich mich überzeuge, ob sie auch noch heil sind oder ob ihr ihnen schon die Köpfe abgedreht habt. Aber Onkelchen! Sofort holten sie die schrecklichen Dinge. Nun passt einmal sagte jetzt der Onkel mit geheimnisvoller vielsagender Mähne. Darauf drückte er an einer fast ganz unsichtbaren Feder, wodurch sich das Untergestell sogleich in zwei Hälften teilte und kaum trauten die beiden ihren eigenen Augen, als sie sahen, was da Herrliches und Wunderbares zum Vorschein kam. Stottererbsen waren Dollar darin und ein kleines silbernes Kästchen, in dem sorgsam in Watte verpackt, ein wunderschönes Kreuz mit Korallenkette lag. Ella und Ada standen ganz verblüfft und sprachlos vor Erstaunen. Dies Wunder erschien ihnen so unfassbar, dass sie zu träumen glaubten. war Seht viel Gericht Sorgсьen krankt, Seht beides was Jerem stumm entzücken geweidet hatte. Seht böse Onkel hat euch nur anführen und sehen wollen, wie ihr solch ein wunderliches, unscheinbares Geschenk aufnehmen werdet. Ihr habt beide diese Probe glänzend bestanden, möge euch meine Gabe nun recht viel Freude machen. Beide brachen den lauten Jubel aus. Sie tanzten und sprangen vor Glück umher und riefen immer wieder, »Oh, du bester, herrlichster aller Onkel!« und erdrückten ihn fast mit ihren Küssen und Umarmungen. »Tja, jetzt kann ich mir nun auch erklären, weshalb die Dinge so viel größer sind, wie ich sie kenne,« schmunzelte der Vater. »Ich hatte mir aber gleich gedacht, dass du dir damit nur einen Spaß machen wolltest.« »Ich habe sie mit Absicht so groß bestellt, aber so abschreckend hässlich hätte sie der Mensch auch nicht zu machen brauchen. Ich habe die guten Kinder wirklich recht in Versuchung geführt, mir zu zürnen und mein Geschenk zu missachten.« »Da ihr Mädchen aber so rücksichtsvoll und nett gewesen seid, sollt ihr auch nicht um das Vergnügen der Fahrt nach Blumenfelde kommen. Sobald es wieder schön ist, halten wir da noch eine fröhliche Nachfeier. Heute wollen wir aber auch dem Wetter zum Trotze so vergnügt sein, als ob der herrlichste Sonnenschein wäre.« Aber warum lächelte der Onkel bei diesen letzten Worten nur so geheimnisvoll? Sollte er vielleicht noch eine Überraschung im Sinne haben? Nun, wir werden es gleich erfahren. Punkt 4 Uhr waren die kleinen Gäste versammelt. Alle waren sehr fein geputzt mit hellwollenden Kleidchen und eine jede beglückwünschte die Geburtstagskinder mit einem Sträußchen. Alle bewunderten zuerst den Geburtstagstisch mit den vielen schönen Geschenken. Als sie die Kostbarkeiten sahen, die in den hässlichen Holzpuppen verborgen gewesen waren, blickten sie diese respektvoll an, und es fiel ihnen durchaus nicht ein, darüber zu spotten. Gar fröhlich saß dann die kleine Gesellschaft bei Schokolade und Kuchen um den großen, weißbedeckten Tisch. Und dann tönten plötzlich vom Korridor her die Klänge eines Chorals an ihr Ohr. »Ah, Musik!« riefen alle ganz erstaunt. Die Eltern sahen sich fragend an. Nur der Onkel saß in größter Seelenruhe da und machte die unschuldigste Miene von der Welt. »Mhm, ich merke schon«, rief der Vater lächelnd. »Der Onkel hat eine ganze Kapelle bestellt. Er und kein anderer ist der Anstifter.« »Nun ja«, entgegnete dieser Seelenvergnügt. »Tafelmusik muss doch zu einem so hochwichtigen Tage sein, und nachher müssen doch auch alle kleinen Fräulein ordentlich tanzen können.« Und das war eine lustige Feier. Tanz und Spiel wechselten ab, bis die Mama zum Abendbrote einlud. Da gab es nun auch allerlei Schönes. Erdbeerbohle, rote Speise mit Vanillesoße, belegte Butterbrötchen, Kuchen und Konfekt. Der lustige Onkel brachte ein Hoch auf die Geburtstagskinder aus, und alle mussten fleißig anstoßen und singen »Hoch sollen sie leben«. Nach dem Abendessen forderte er die fröhliche kleine Gesellschaft auf, ihm in den Salon zu folgen. »Ach«, riefen alle, »als sie dort einen Tisch mit allerliebsten Spielereien erblickten, die Onkel Eduard teilweise aus fernem Lande mitgebracht hatte.« Die eine Hälfte dieser Herrlichkeiten verteilte er nun selbst unter die kleine Gesellschaft, die andere wurde als Gewinne zu dem Spiel, das sich unter den schönen Sachen befand, ausgesetzt. Nicht wahr, meine lieben Hörer, das war ein Prachtonkel, und das fanden denn auch alle kleinen Gäste, und sie konnten daheim nicht genug von der wunderbar schönen Feier erzählen. Eine jede wünschte sich einen solchen Onkel, und zu ihren Geburtstagen eine solche Holzpuppe, trotz ihrer großen Hässlichkeit, aber natürlich nicht ohne den prachtvollen Inhalt. Das Feilchensträußchen Es war ein herrlicher Frühlingstag. Die liebe Sonne schien hell und freundlich, und der Flieder, die Feilchen und Maiglöckchen, dufteten und blühten, dass es eine Lust war. Auf den Märkten und an den Straßenecken standen Frauen mit großen Karben voll dieser lieblichen Frühlingskinder, die sie den Vorübergehenden zum Kauf anboten. Vor einer dieser Verkäuferinnen blieb die kleine, elfjährige Walli Teichmann auf ihrem Rückwege von der Schule stehen und bat höflich um zwei Feilchensträuße. »Einem so freundlichen kleinen Fräulein will ich auch die allerschönsten aussuchen«, sagte die Frau, indem sie zwei der besten Sträußchen aus ihrem Korbe nahm und sie Walli überreichte. Als diese, seelenvergnügt über ihren Kauf damit nach Hause eilen wollte, kam ihre ältere Schwester Mager eiligst auf sie zugelaufen und rief ihr schon von Ferne zu. »Wo hast du denn die vielen Feilchen her?« »Von einer der Frauen dort an der Ecke habe ich sie gekauft«, erwiderte Walli ruhig, ohne den ärgerlichen Ton und Blick der Schwester zu beachten. »Von wem hast du denn das Geld zu solchen unnützen Ausgaben?«, forschte Mager weiter. »Weshalb willst du das so genau wissen?« »Weil du mir noch gestern sagtest, dass du keinen Pfennig hättest.« »Ja, gewiss, gestern hatte ich auch nichts, aber heute früh habe ich für die gehegelten Spitzen von der Frau Professor zwei Mark eingenommen.« »Doch, dann schäme dich, dass du das mühsam verdiente Geld nicht besser anzuwenden verstehst. Du weißt, dass es der Mutter oft zu dem Nötigsten fehlt. Statt es ihr zu Hilfe zu geben, verschwendest du es auf solch unnütze Weise.« Ärgerlich kehrte sie mit diesen Worten der Schwester den Rücken zu und ging mit der Absicht, der Mutter diese unerhörte Verschwendung Wallis zu berichten, eiligen Schrittes nach Hause. Mager und Walli waren die Töchter einer Witwe, die in sehr beschränkten Verhältnissen lebte. Der Vater, der ein sehr geschickter und menschenfreundlicher Arzt gewesen, war vor zwei Jahren gestorben. Da er seiner Familie kein Vermögen hinterlassen hatte, so musste die Frau sich und ihre beiden kleinen Töchter selbst ernähren. Sie hatte sogleich ihre Geschicklichkeit in der Malkunst zu verwerten gesucht und auch für eine Porzellanfabrik dauernde Arbeit gefunden. Diese Tätigkeit war sehr mühsam und dabei wenig einbringend, sodass es der armen Witwe nur kümmerlicher ging und sie mit großen Sorgen zu kämpfen hatte. Ihr einziger Trost und ihre Hoffnung waren ihre beiden Kinder. Leider aber war bis jetzt nur Walli bestrebt, der Mutter Freude zu machen. Sie war ein liebesgutes Kind und tat alles, was sie nur der geliebten Mama in den Augen absehen konnte. Dagegen war Marga stets mürrisch und verdrossen. Sie war zu der geringsten häuslichen Arbeit unwillig und dachte nur immer daran, was sie alles gegen andere entbehren musste. Mit Neid sah sie auch die töchterreicher Eltern, die schönere Kleider trugen und es weit besser hatten als sie. Wallis Herz kannte weder Neid noch Missgunst. Stets war sie zufrieden und guter Dinge. Daher hatte jeder Mann die muntere Kleine gern und auch der Mutterherz neigte sich mehr dem guten, liebevollen Töchterchen zu. Marga aber empfand dies als große Ungerechtigkeit und ihr ganzer Groll fiel auf die unschuldige Schwester, die sie deshalb nicht liebte. Gern suchte sie eine Ursache, sie bei der Mutter zu verklagen. Heute glaubte sie nun, Walli eines großen Unrechts beschuldigen zu können. Schon in der Türe rief sie, auf die hinter ihr eintretende Walli deutend, »Sieh nur, Mama, wie verschwenderisch Walli ist! Diesen großen Strauß Fällchen hat sie für das Geld gekauft, das sie für ihre Häkelei eingenommen, woran sie über vier Wochen gearbeitet hat!« »Sei nicht böse, liebes Mütterchen«, bat die Kleine, sich der Mutter nähernd und sie zärtlich umarmt. »Ich weiß, dass du die Pfeilchen so liebst, und nun wollte ich dir damit eine kleine Freude machen. Beide Sträußchen kosten auch nur 15 Pfennige, und ich hab noch zwei Mark hier, bitte nimm sie, Herzensmütterchen, und kaufe für dich etwas dafür.« »Ach, ich will es dir verwahren, Herzchen«, sagte die Mutter gerührt, »es ist sehr hübsch von dir, dass du mich erfreuen willst, aber ein Sträußchen wäre auch genug gewesen.« »Beide sollst du auch nicht haben«, sagte Walli, den Blick verlegen zu Boden senkend. »Nun, wen wolltest du denn damit beglücken?«, fragte lächelnd die Mutter. »Ich wollte, na ja, sie dem kranken Fräulein Müller, die im Hinterhaus vier Treppen wohnt, hinauftragen«, sagte Walli errötend und verwirrt. »Aber, Kind, woher kennst du denn diese Dame?« »Ich kenn sie nicht. Ich hörte nur gestern die Portiersfrau zu dem Herrn Doktor sagen, dass sie so krank und arm sei, auch keinen Menschen auf der Welt habe, der sich um sie kümmere. Da wollte ich ihr so gern eine Freude machen, wenn du es erlaubst, liebes Mamachen.« »Ach, gewiss, mein gutes Töchterchen, das erlaube ich dir von Herzen gern«, sagte die Mutter erfreut über das gute Herz ihres Kindes. »Gleich nach dem Essen kannst du der armen Dame das hübsche Sträußchen hinauftragen. »Es ist sehr recht und brav von dir, dass du mit der armen, einsamen Mitleid hast und dir eine Aufmerksamkeit erweisen willst.« »Tch, die wird noch wegen ihrer Verschwendung gelobt, während ich gestern getradelt wurde, weil ich mir für das Geburtstagsgeld von der Tante etwas Nützliches kaufen wollte«, rief Mager jetzt ärgerlich. »War vielleicht die Kette, die du dir kaufen wolltest, etwas Nützliches?«, fragte die Mutter sehr ernst. »Ist das wohl mit Wallis menschenfreundlicher Tat zu vergleichen, die für ihr mühsam verdientes Geld anderen Freude bereiten will?« Aber das konnte und wollte der kleine Trotzkopf nicht einsehen. »Tch, ich möchte wohl wissen, was uns die Alte angeht. Wenn sie so arm ist, wird sie sich auch nichts aus den Pfeilchen machen«, brummte Mager, die sich über die vermeintliche Ungerechtigkeit der Mutter nicht beruhigen konnte. »Gewiss wird so eine Aufmerksamkeit der armen Kranken Freude machen. Viel hat Wallin nicht zu geben, aber darauf kommt es auch nicht an. Sie gibt aus warmer Menschenliebe und handelt damit nach den Worten unseres Heilands. Liebet euch untereinander.« Fräulein Müller saß am Nachmittag traurig am Fenster ihres armseligen Dachstöbchens, als leise an ihre Tür geklopft wurde und auf ihr »herein« Walli eintrat. Mit einem artigen Gruße näherte sie sich teilnehmend und schüchtern, indem sie dem Fräulein die Pfeilchen überreichend freundlich sagte, »Ich hörte, dass sie krank wären und nicht hinausgehen könnten. Da wollte ich ihnen nun einen Frühlingsgruß bringen.« »Ach, wie lieb ist das von dir, du gutes, herziges Kind«, rief die Dame mit Verrührung zitternder Stimme. »Ach, diese schönen Pfeilchen, sie scheinen mir wie ein Bote vom lieben Gott, um mich daran zu erinnern, dass über uns allen ein guter Vater waltet, der keines seiner Geschöpfe vergisst. »Habe vielen, vielen innigen Dank, du lieber Engel, dass du mir eine so große Freude bereitet hast. Gott segne dich dafür.« Walli fühlte sich durch die Freude und den warmen herzlichen Dank der so Verlassenen unendlich beglückt und reich belohnt. »Willst du nicht Platz nehmen und ein Weilchen bei mir bleiben?« bat dann freundlich die alte Dame. »Sehr gern, wenn ich nicht störe«, sagte Walli und setzte sich zu dem Fräulein an das Fenster. Zutraulich erzählte sie von allerlei Dingen, auch wie herrlich es jetzt im Walde und auf der Flur sei, wie die Bäume grünten und blühten und wie munter die kleinen Vöglein sängen. Aufmerksam lauschte die Kranke dem fröhlichen Geplauder des Kindes, das so lebendig, das frische Leben und wunderbare Walten der Natur zu schildern vermochte. Der Arm war es nicht vergönnt, hinauszugehen und Trost und Hoffnung in dem wunderbaren Zauber der Natur zu suchen, denn sie wurde schon jahrelang übel von der Gicht geplagt. Heute hatte sie sich besonders einsam und unglücklich gefühlt. Die liebe Sonne, die so freundlich in ihr dürftiges Stöbchen schien, hatte doch mit ihren hellen Strahlen das Herz der von aller Welt Verlassenen nicht erwärmen können. Und jetzt, da ein liebliches Menschenkind vor ihr saß, erwachte wieder das Vertrauen auf Gottes Güte und Barmherzigkeit, und Hoffnung und Frieden belebten ihre bekümmerte Seele. Darf ich wiederkommen und sehen, wie es ihnen geht? fragte Walli, als sie dem Fräulein zum Abschied die Hand reichte. Ich würde mich sehr freuen, Herzchen, wenn du mich wieder und recht oft besuchen wolltest, erwiderte diese, die Kleine streichelnd und liebkosend. Walli erzählte nun der Mutter, wie traurig sie das Fräulein gefunden und wie dankbar und erfreut dasselbe für die Kleine Aufmerksamkeit gewesen sei. Ach, denke nur, liebe Mama, die Ärmste hat solche Schmerzen in den Füßen, dass sie sich nur noch mühsam an Krücken im Zimmer bewegen kann, sagte sie mitleidig. Ach, wie glücklich bin ich doch, dass ich gesund bin! Gefiss, mein Kind, Gesundheit ist das größte Gut, wofür wir dem lieben Gott nicht genug danken können. Das arme Fräulein ist doppelt zu beklagen, weil sie noch dazu so arm ist und sich nicht pflegen kann. Erlaubst du, dass ich sie in Zukunft alle Tage besuche, Mütterchen? Ja, gern, mein Kind, auch ich werde mich nach der Armen umsehen und ihr, so viel ich mag, beistehen. Und täglich ging nun Walli zu dem alten Fräulein hinauf, das sie bald so in ihr Herz geschlossen hatte, dass die Kranke meinte, nicht mehr ohne ihr Goldkind ihren Sonnenstrahl leben zu können. Den ganzen Tag freute sie sich auf den Abend, wo Walli sie zu besuchen pflegte. Sehnsüchtig horchte sie dann auf jeden sich nähernden Schritt, und ihr Gesicht strahlte vor Freude, wenn ihr Liebling eintrat. Ach, wenn ich dir doch auch einmal eine kleine Freude machen könnte, mein Herzblättchen, seufzte sie oft. Aber ich armes Geschöpf kann dir durch nichts meinen Dank und meine Liebe beweisen. Ach, bitte, sag das nie wieder, liebes Tantchen, protestierte dann die Kleine dagegen. Es macht mir eine große Freude, wenn ich dir nützlich sein kann, und ich würde dich nicht lieber haben, wenn du mir auch noch so viel schenken könntest. »Das weiß ich, mein Liebling«, beschwichtigte dann das alte Fräulein. »Dein gutes Herzchen findet seinen schönsten Lohn in dem Bewusstsein, andere zu erfreuen und ihnen Liebes zu erweisen.« Und so war ein Jahr und Tag seit der Bekanntschaft Wallis mit ihrer alten Freundin vergangen, als sie sich beide wieder wie gewöhnlich eines Abends gegenüber am Fenster saßen. Die Kleine sah heute nicht vergnügt wie sonst, sondern traurig und niedergeschlagen aus. Nur mühsam schien sie mit den Tränen zu kämpfen. »Was fehlt dir, Herzchen?«, fragte teilnehmend das alte Fräulein. »Warum willst du mir deinen Kummer verbergen? Wenn ich dir auch wohl nicht zu helfen vermag, so kann ich dich doch trösten und für dich beten.« Durch die liebreichen Worte des Fräuleins aus der Fassung gebracht, schluchzte Walli, »Meine Mutter war schon gestern sehr unwohl. Heute ist sie aber so krank, dass wir den Doktor rufen mussten.« »Beruhige dich, mein armes Kind«, tröstete das Fräulein, die betrübte Kleine zärtlich streichelnd und liebkosend. »Der liebe Gott wird helfen und dein Mütterchen bald wieder gesund werden lassen.« Leider aber sollte sich dieser Trost nicht erfüllen. Stattdessen wurde die Krankheit mit jedem Tage schlimmer, und die armen beiden Kinder schwebten in größter Angst und Sorge, dass ihnen das treue Mutterherz entrissen werden könnte. Dazu war bald die bitterste Not an sie herangetreten, sie wussten schon nicht mehr, wo sie das Geld zu den Arzneien und den nötigsten Bedürfnissen hernehmen sollten. »Ich nehme jetzt die letzte Mark«, flüsterte Walli verzweiflungsvoll der Schwester zu, als sie nach der Apotheke gehen wollte. »Was fangen wir an, wenn auch die ausgegeben ist?« »Dann verkaufen wir unsere goldenen Kreuze. Mit dem Gelde, das wir dafür bekommen, reichen wir wohl, bis wir den Einsatz zum Verkauf fertig haben«, tröstete Marga. In den Tagen des gemeinsamen Kummers, da beide in größter Angst und Sorge um das treue Leben der Mutter schwebten, hatten sich die Herzen der Schwestern gefunden. Marga hatte tiefe Reue empfunden, dass ihr der guten Mutter bisher keine Freude gemacht und auch zu ihrem einzigen Schwesterchen stets lieblos gewesen war. Als Walli eines Abends betend am Bett der schlummernden Mutter kniete, hatte sie plötzlich Marga innig umschlungen und, sie zärtlich küssend, unter Tränen gebeten, »Verzeihe nur alles Unrecht, das ich dir getan, und hab mich nun wieder lieb!« »Von ganzem Herzen«, sagte Walli bewegt, die Reuge fest an sich drückend, »nie wollen wir wieder etwas zwischen uns treten lassen und immer treu wie gute Schwestern zusammenhalten.« Beide hatten geglaubt, die Mutter schlafe. Doch sie hatte nur mit geschlossenen Augen stillgelegen und alles gehört. Segnend legte sie jetzt die Hand auf die Häupte der geliebten Töchter, die heute den Bund treuer Schwesterliebe für ihr ganzes Leben schlossen. In innigster Vereinigung trugen sie jetzt die schwere Prüfung, die ihnen durch die lange Krankheit der Mutter von Gott auferlegt war. Mit aufopfernder Kindesliebe pflegten sie die Teure und mühten sich die halben Nächte mit Handarbeiten, um ein paar Groschen zu verdienen. Tapfer suchten sie der Mutter ihre Not zu verbergen, damit sie sich nicht noch mehr betrüben und aufregen sollte, als sie es ohnehin schon tat. Aber das Auge einer Mutter sieht scharf. Sie wusste wohl, wie es in dem Herzen ihrer Lieblinge aussah, und sie flehte zu Gott um Trost und Hilfe für die jungen, gequälten Seelen. »Krämt euch nicht, meine lieben Kinder«, sagte sie eines Morgens. »Es geht mir heute etwas besser. Der liebe Gott wird mich noch einmal bei euch lassen und sich auch unserer Not erbarnen.« Und nach einer Weile fragte sie, »Habt ihr auch in meiner Krankheit das arme Fräulein Müller nicht vergessen?« »Nein, Herzensmütterchen, Marga oder ich haben alle Tage gesehen, wie es ihr geht«, erwiderte Walli erfreut, »dass die Mutter nicht teilnahmslos gegen alles wie bisher lag.« »Nur gestern war keine von uns bei ihr, weil du elender wie sonst warst und wir dich beide nicht verlassen wollten.« Setzte sie darauf hinzu. »Ach, Kindchen, dann geh doch gleich zu ihr hinauf. Das arme Wesen könnte sich über euer Ausbleiben beunruhigen.« »Ja, Mütterchen, das fürchte ich auch. Ich will sie auch sofort beruhigen. Sie wird sich sicher sehr freuen zu hören, dass es dir besser geht.« Mit diesen Worten stand Walli auf und begab sich zu der alten Dame. Still weinend, die Hände wie zum Gebet gefaltet, fand sie diese am Fenster sitzend. Vor ihr auf dem Nähtisch lag ein geöffneter Brief, den sie scheinbar soeben gelesen hatte. »Liebes gutes Tantchen, warum weinst du?« fragte Walli teilnahmsvoll. »Hat dir der Brief so traurige Nachrichten gebracht?« »Nein, Kindchen, im Gegenteil. Ich habe eine so überwältigend frohe Nachricht durch den Brief erhalten, dass ich vor Freude weine.« »Denke doch nur, es wird mir Ahnungslosen plötzlich mitgeteilt, dass ein reicher Verwandter von mir, den ich kaum kannte, im Auslande gestorben ist, und dass mir, da er keine näheren Erben hat, seine große Hinterlassenschaft zufällt. Ich bin noch ganz betäubt und kann es gar nicht fassen, dass sich armes Geschöpf mit einem Mal zu solchem großen Reichtum kommen soll. »Es scheint nur fast unglaublich.« Walli hatte sie anfänglich ganz erschrocken angesehen. Sie hatte schon gefürchtet, die Arme habe den Verstand verloren und spreche im Irrsinn. Sie überzeugte sich aber bald, dass das Fräulein durchaus bei klarem Verstande sei und die Wahrheit spreche. »Oh, wie herrlich! Nein, das ist ja zu schön, liebstes, bestes Tantchen!« fiel sie ihr dann jubelnd um den Hals. »Ach, wie freue ich mich! Nun kannst du dich pflegen und wohl auch noch gesund werden!« Das gute Kind war so selig, dass ihre alten Freundin an solches Glück widerfahm, dass sie ihr eigenes Leid beinahe vergessen hätte. »Ja, mein teures Kind, mein Herz ist voll Dank gegen den gütigen Vater im Himmel, der noch einen Sonnenstrahl in meine alten Tage fallen lässt. Och, wie viel Gutes will ich nun tun und die Not meiner Mitmenschen lindern! Vor allem will ich jetzt aber dir, mein Herzensliebling, meine Liebe mit der Tat beweisen. Dein liebes Mütterchen soll nun so gepflegt werden, dass sie mit Gottes Hilfe bald wieder kräftig und gesund wird. »Schicke mir noch heute den Arzt herauf, dass ich mit ihm beraten kann, was zu ihrer Genesung dienlich ist, denn schon in einigen Tagen habe ich reiche Mittel in den Händen.« Vor Freude überwältigt konnte Walli kaum Worte finden, ihren Dank so auszudrücken, wie ihn ihr froh bewegtes Herz empfand. Schluchzend verbarg sie das Gesicht an der Brust ihrer alten, treuen Freundin. Von Dank wollte diese aber nichts hören. »Sprich nicht so, mein Herzensliebling«, wehrte sie ab. »Wie könnte ich dir wohl je die Liebe und Teilnahme vergelten, welche du mir in so reichem Maße erwiesen hast, als ich arm, elend und von aller Welt verlassen war?« Und das bisher so arme Fräulein Müller befand sich nun wirklich nach einigen Tagen im Besitz so großer Reichtümer. Und das ganze Haus wunderte sich, dass sie nicht sofort ihr dürftiges Dachstübchen mit einer eleganten Wohnung vertauschte. Darüber schien sie aber anderer Meinung zu sein. Sie nahm sich nur eine junge Dienerin, die ihr kräftige Speisen holte und den Tag über bei ihr blieb. Die reiche Dame schien so ihre eigenen Gedanken und Pläne zu haben, von denen sie selbst ihrer geliebten Walli nichts verriet. Als diese sie eines Tages fragte, »Aber, Tantchen, willst du denn in diesem engen Stübchen bleiben? Willst du dir nicht eine schöne Wohnung mieten?« Da hatte sie sehr geheimnisvoll gelächelt, ihr nur freundlich zugenickt und eine rätselhafte Antwort gegeben. Der kranken Frau Doktor wurde nun durch Fräulein Müllers Güte und Freigebigkeit die sorgsamste Pflege zuteil. Alles, was nur zu ihrer Genesung und Stärkung beitragen konnte, wurde herbeigeschafft. Dabei erholte sie sich nun schnell und war in einigen Wochen wieder ganz hergestellt. Freude und Glück waren wieder bei der kleinen Familie eingezogen und die noch vor kurzem so bleichenvergrämten Gesichter der beiden Kinder strahlten von Frische und Gesundheit. Der genesenen erster Ausgang war zu dem guten Fräulein, der sie nächst Gott ihre schnelle Herstellung und die Befreiung von drückenden Nahrungssorgen verdankte. Aber so groß auch die Freude der alten Dame über den lieben Besuch war, so schnitt sie doch von vornherein die herzlichen Dankesworte ab. »Beschämen Sie mich nicht, meine liebe Frau Doktor«, sagte sie, »die Mutter meiner kleinen lieben Walli ist mir durchaus keinen Dank schuldig. Außerdem werden Sie sogleich hören, was für eine gräuliche Egoistin ich bin. Nehmen Sie mir daher nicht den Mut, mein Anliegen auszusprechen.« »Es würde mich sehr beglücken, unserer Wohltäterin einen Wunsch erfüllen zu können. Bitte, sprechen Sie, was wir Ihnen zuliebe tun könnten.« »Nun denn, würden Sie wohl Wallichen erlauben, mich während der Ferien nach einem Badeorte zu begleiten?« »Ach, von Herzen gern, Walli wird sehr glücklich über eine so schöne Aussicht sein.« »Ja, noch bin ich mit meinen Bitten nicht zu Ende«, fuhr das Fräulein freudig erregt fort. »Ich habe mit meinen Zukunftsplänen sähnlichst auf ihre vollständige Genesung gewartet. Jetzt sollen Sie nun alles erfahren.« »Wollen Sie, meine liebe Frau Doktor, während ich mit Walli im Badeweile eine hübsche kleine Villa mit Garten mieten und diese wohnlich und nett ganz nach ihrem Geschmack einrichten?« »Gewiß, mit dem allergrößten Vergnügen. Ich freue mich herzlich, dass Sie so viel Vertrauen zu mir haben, und ich werde mir die größte Mühe geben, Ihnen ein recht behagliches Heim einzurichten.« »Na, behaglich kann es für mich nur werden, wenn Sie auch meine letzte Bitte erfüllen und mit Ihren beiden Kindern dann bei mir wohnen, auch mir gestatten wollen, die Kosten des gemeinsamen Haushaltes zu tragen.« »Ach, liebes, bestes Fräulein, so viel unverdiente Güte kann ich doch unmöglich annehmen. Sie haben schon so unendlich viel für mich und die Kinder getan, dass wir immer hoch in ihrer Schuld bleiben werden.« »Ach, bitte, sagen Sie das nie wieder. Sie wissen nicht, wie weh Sie mir damit tun. Wenn Sie auf meine Wünsche eingehen, so geben Sie meinem Leben Wert und Inhalt. Ich allein bleibe dann diejenige, die immer nur zu danken hat. »Es wäre ein Glück für mich, wie ich es nur nicht schöner mir denken könnte. Och, bitte, schlagen Sie ein!«, bat das Fräulein herzlich, der Frau Doktor, die Hand reichend. Diese weigerte sich nun nicht länger. Sie nahm mit Dank das gütige Anerbeten an. Marga und Walli waren hoch erfreut, als sie hörten, dass der Mutter alle Sorgen abgenommen waren und sie in einer hübschen Villa alle zusammen wohnen sollten. Während nach Verlauf von einigen Wochen Fräulein Müller und Walli im Bade walten, hatte die Frau Doktor bald ein reizendes kleines Haus im Garten gelegen gefunden. Auf Wunsch des Fräuleins hatte sie sogleich den Kauf abgeschlossen und es sehr gemütlich und nett eingerichtet. »Ach, hier ist gut sein! Hier wollen wir glücklich und friedlich leben!«, rief Fräulein Müller begeistert aus, als sie zum ersten Mal ihr neues Heim betrat. »Liebe und Barmherzigkeit sollen unter unserem Dache wohnen. Nie, meine liebe Freundin, werden wir es vergessen, wie dem Notleidenden zumute ist, denn wir beide haben das Leid und die wunderbaren Wege Gottes kennengelernt.« Alle lebten nun sehr einträchtig und glücklich in der neuen Heimstätte. Die Frau Doktor bewohnte mit ihren Kindern die oberen und das Fräulein mit ihrer Dienerin die unteren Zimmer. Die alte gebrechliche Dame war gar nicht wiederzuerkennen, so verändert war sie innerlich und äußerlich. Nachdem sie im Herbst noch einige Wochen in einer Naturheilanstalt zugebracht hatte, war sie vollständig von ihrer Gicht befreit. Sie sah jetzt sehr munter und blühend aus, und ihr Auge strahlte vor innerer Glückseligkeit. Niemand hätte in der stattlichen Erscheinung das einst so elende, von aller Welt vergessene Wesen wiedererkannt. Ebenso gut erging es auch der Frau Doktor und ihren beiden Töchtern. Esther brauchte sich jetzt nicht mehr für ihren Unterhalt zu sorgen und zu quälen. Das Zusammenleben mit ihrer Wohltäterin gestaltete sich nach allen Seiten zu einem sehr Glücklichen. Marga und Walli wetteiferten förmlich in Liebe und Aufmerksamkeit gegen ihre Mutter und ihr gutes altes Tantchen. Der armen Alleinstehenden hatte der liebe Gott nicht nur einen sorglosen Lebensabend, sondern auch die höchsten irdischen Güter Liebe und Gesundheit geschenkt. In ihrem Testament hatte Fräulein Müller, Walli und Marga, die Hälfte ihres bedeutenden Vermögens und das hübsche Besitztum mit allem Zubehör vermacht. Die andere Hälfte des Geldes hatte sie für arme, alleinstehende Frauen und Mädchen im Orte bestimmt. »Hätten wir wohl ahnen können, dass das bescheidene Sträußchen Wallis kleine Liebesgabe uns allen so viel Glück bringen würde?« sagte die Mutter zu ihren Töchtern, als der Duft der Pfeilchen im Garten sie an jenen Tag erinnerte. »Wie oft wird die kleinste gute Tat zum Segen für unser ganzes Leben?« »Ach, und ich habe unsere mitleidige Walli so getadelt und ihr gutes Herz so lange verkannt,« sagte Marga, sich mit Betrübnis an ihre Lieblosigkeit erinnernd. »Aber jetzt verstehen wir uns auch umso besser, nicht wahr, mein Schwesterchen?« Der brave Sohn Der Schlossermeister Werner war ein sehr fleißiger und geschickter Handwerker, der auch seines biederen und freundlichen Charakters wegen allgemein belebt und geachtet wurde. Obwohl er nur mit sehr geringen Mitteln angefangen hatte, so war er doch durch Fleiß und Tüchtigkeit bald ein wohlhabender Mann geworden. Trotzdem er sehr sparsam war, hatte er doch stets für seine Mitmenschen ein teilnehmendes Herz und eine offene Hand. Wer in Not kam, wandte sich vertrauensvoll an Meister Werner, der auch half, wo er nur konnte. Mit seiner fleißigen und sanften Frau lebte er stets in Eintracht und Frieden. Bei der Gatten größte Freude und Stolz war ihr einziger Sohn, der zwölfjährige Wilhelm, der auch ein gar schmucker, geweckter und guter Junge war. Daher war es auch den Eltern durchaus nicht zu verdenken, wenn sie auf ihren Wilhelm große Hoffnungen setzten. Der Vater wollte ihm eine bessere Erziehung angedeihen lassen. Deshalb ließ er ihn in eine höhere und nicht in die Bürgerschule gehen. Damit war aber seine Frau nicht so ganz einverstanden gewesen. Wir bleiben doch immer nur niedere und einfache Leute, hatte sie kopfschüttelnd gesagt. Und ich meine, es ist nicht richtig, wenn wir mit dem Jungen höher hinaus wollen. Wenn wir ihn über unseren Stand erziehen und ausbilden lassen, so wird ihm der einst sein Vaterhaus verleidet und wir, seine einfachen Eltern, werden ihm entfremdet werden. Lass nur gut sein, Frauchen, das haben wir bei unserem Wilhelm nicht zu befürchten, hatte sie der Gatte zu beruhigen gesucht. In dem Jungen steckt ein guter Kern und er wird seine Eltern auch deshalb nie missachten, weil sie weniger gebildet sind und nicht so viel gelernt haben wie er. Seine Lehrer sagen, er habe einen offenen Kopf und das Lernen würde ihm sehr leicht fallen. Weshalb soll er denn aber nicht der einst ein einfacher und tüchtiger Schlossermeister wie du werden und das Geschäft mit dir zusammen betreiben? Das soll er auch, nickte Meister Werner. Ich hoffe zuversichtlich darauf, dass wir dereinst zusammenarbeiten und das Geschäft ordentlich in Schwung und in die Höhe bringen werden. Dazu braucht er doch all den gelernten Krimskrams dann nicht zu lernen, bei dem er schon vom bloßen Zuhören der Kopf wehtut. Nun, sag einmal, Frauchen, wird es dir nicht auch eine große Lust sein, wenn wir zusammen meine Maschinenfabrik anlegen? Geschicklichkeit und Lust hat der Junge ja zu solchen Sachen und da er dazu eben das Maschinenfach studieren muss, geht es nicht anders, als dass er eine höhere Schule besucht. Also, studieren soll er doch noch? fragte Frau Werner nachdenklich. Wilhelms Eintritt unterbrach jetzt das Gespräch der Eltern. Munter kam der hübsche Knabe angesprungen und rief, »Jetzt bin ich mit meinen Arbeiten fertig, lieber Vater. Kann ich dir nun wieder helfen, Rechnungen schreiben? Oder hast du sonst einen Auftrag für mich?« »Nein, mein Junge, heute habe ich nichts für dich zu tun. Wir werden auch gleich Abendbrot essen und nachher kannst du uns die Zeitung vorlesen.« Ja, es war eine rechte Freude, die drei glücklichen Menschen abends bei der Lampe im traulichen Wohnzimmer so gemütlich um den runden Tisch sitzen zu sehen. Behaglich rauchte dann der Vater sein Pfeifchen und kritzelte mit seinem Bleistift allerlei Zeichnungen auf ein Stück Papier, wenn er nicht noch nötige Reparaturen zu machen hatte. Die Mutter strickte, flickte oder nährte emsig Wäsche für die Ehren. Wilhelm lasste bei den Eltern aus der Zeitung oder einem Buche vor. Nachher nahm er dann noch seine Lieblingsarbeit, eine Schnitzerei zur Hand und schwatzte fröhlich, wie ihm der Schnabel gewachsen war. In dieser Weise lebte die kleine Familie eine Reihe von Jahren im Sonnenschein des Glücks heiter und guter Dinge dahin, bis sich über ihren Lebenshimmel plötzlich finstere Wolken zusammenzogen und aller Freude ein trauriges Ende machten. Meister Werner, der nie in seinem Leben ernstlich krank gewesen war, klagte eines Abends über heftige Schmerzen in allen Gliedern. Am nächsten Morgen konnte er sich nur mit Mühe und Anstrengung nach seiner Werkstatt schleppen und den darauffolgenden Tag war es schon so schlimm, dass er zu einem Arzt schicken musste. Dieser erklärte, nachdem er ihn untersucht hatte, dass sich das Übel sehr in die Länge ziehen konnte. »Sie müssen sich schon in das unabänderliche fügen, Meister Werner, und sich einmal Ruhe gönnen«, hatte er beim Abschied noch hinzugefügt. Das war nun eine traurige Aussicht für den stets so rührigen, fleißigen Mann, und mit Recht fürchtete er, dass jetzt in der Werkstatt alles drunter und drüber gehen werde. Nur zu bald sollten sich diese Befürchtungen bestätigen, denn in den seltensten Fällen geht es gut, wenn das Herrn Auge nicht wachen kann. Der Geselle, der nun das Erscheinen des Meisters nicht zu fürchten hatte, bummelte den ganzen Tag herum. Ebenso tat auch der Lehrling, der sich jetzt selbst überlassen blieb, so viel er nur wollte. Wenn nun die Konten sehr schlecht oder gar nicht bedient wurden, kamen sie nicht wieder, und bald fand sich überhaupt keine Arbeit mehr. Daher blieb dem Krankenmeister nichts weiter übrig, als beide zu entlassen und die Werkstatt bis auf Weiteres zu schließen. Leider stellte es sich nun heraus, dass der beklagenswerte Mann nicht nur allein durch die liederliche Wirtschaft des gewissenlosen Gesellen stark geschädigt worden war, sondern dass ihn der schlechte Mensch auch noch auf die unglaublichste Weise betrogen und bestohlen hatte. Da er sich früher nie etwas hatte zu Schulden kommen lassen und stets brauchbar und geschickt gewesen war, so hatte sein Brother zu großes Vertrauen in ihn gesetzt, dass er nun so auf eine schändliche Weise getäuscht worden war. Der Gewissenslose hatte es mit seinen Betrügereien so weit getrieben, dass es in der kurzen Zeit mit Meister Werners Wohlstand zu Ende war. Bald hätte er sogar mit seiner Familie die bitterste Not leiden müssen, wenn nicht die fleißige Frau mit seiner Wäsche und Näherei dazu verdient hätte. Vergebens hoffte der arme Mann von Tag zu Tag auf Besserung. Zuweilen ließen die Schmerzen nach, aber dann wurden sie desto schlimmer. Obwohl bald noch ein anderer Doktor zu Rate gezogen war, so konnte ihm doch niemand helfen. Beide Doktoren schüttelten den Kopf und erklärten den Zustand des Kranken für einen ganz besonderen Fall. Sie stimmten darin überein, dass dies Leiden sicher von einer starken Erkältung herrühre und nur in einer Krankenanstalt durch Bäder mit der Zeit geheilt werden könnte. Sie rieten dem Meister, es so bald als möglich in einer solchen Anstalt zu versuchen. Aber dazu fehlten dem Ärmsten jetzt die Mittel und eine Freistelle war nicht so schnell zu haben. Leider pflegt es im Leben oft so zu gehen, dass auf ein Unglück bald das andere folgt. Und das sollte sich auch bei der so schwer heimgesuchten Familie in nächster Zeit schon bewahrheiten. Die gute, brave Frau Werner, die durch ihren rastlosen Fleiß die Not der Ehren abzuwehren suchte und dem gebeugten Mann stets Trost und Mut zugesprochen hatte, erkrankte. Und sie starb schon nach wenigen Tagen. »Verzage nicht, du guter, armer Mann«, hatte die Kranke scheidend gesagt, »ich werde dort oben für dich beten. Wilhelm, mein Sohn, sorge für den Vater und behalte stets Gott vor Augen und dem Herzen.« Und nach diesen Worten hatte sie noch einmal ihr Auge mit einem Blick unendlicher Liebe auf den Teuren geruht. Und dann war sie sanft und ohne Kampf eingeschlafen. Herzzerreißend war der Schmerz der trostlosen Hinterbliebenen, die nun ihren Halt und ihre Stütze verloren hatten und nicht ein noch auswussten. »Ach, warum hat der liebe Gott das getan?«, jammerte der arme, kranke Mann. »Weshalb hat er mich elenden Krüppel nicht lieber zu sich genommen?« »Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Nach einem Warum dürfen wir niemals fragen, lieber Meister Werner«, hatte darauf der Pfarrer geantwortet und ihm tröstend die Hände drückend hinzugefügt, »Der gütige Vater im Himmel wird sie nicht verlassen und versäumen. Auch in den schwersten Prüfungen dürfen wir nie an seiner Barmherzigkeit und Vatertreue zweifeln.« Das hatte auch der gottesfürchtige Mann nie getan. In seinen schweren Leidenstagen hatte er sich stets gläubig und demütig des Herrn Willen gebeugt. Doch dieser neue Schlag hatte ihn zu unvorbereitet und hart getroffen. Als der Sarg hinausgetragen wurde und er seine treu Lebensgefährte nicht einmal zur letzten Ruhe begleiten konnte, da brach er von Schmerz überwältigt zusammen. Weint umschlang Wilhelm den unglücklichen Vater, und er wusste nicht, wie er ihn trösten und aufrichten sollte. Der arme Junge litt selbst so unsäglich schwer, denn mit der innigsten Kindesliebe hatte er an seiner Mutter gehangen, und er glaubte ihren Verlust, nicht überleben zu können. Doch wenn er auf den hilflosen Vater sah, suchte er seinen eigenen Schmerz zu bekämpfen. Sein Herz sagte ihm, dass es jetzt seine heiligste Pflicht sei, für ihn zu leben und zu sorgen. Der Pfarrer und andere mitleidige Menschen nahmen sich der Arm an und versorgten sie abwechselnd mit Mittagessen. Einige fällige Nachbarin lehrte Wilhelm, den kleinen Haushalt besorgen und in Ordnung zu halten. Der tapfere Junge mühte und quälte sich redlich, schon in aller Frühe suchte er mit Semmel und Zeitungsaustragen ein paar Groschen zu verdienen. Ehe er zur Schule ging, brachte er dann noch das Zimmer in Ordnung, besorgte das Frühstück und stellte für den Vater alles zurecht, was ihm zur Bequemlichkeit dienen konnte. In den jetzigen Verhältnissen hatte er selbstverständlich die höhere Schule mit einer Bürgerschule vertauschen müssen. Dem begabten und fleißigen Schüler war dies natürlich sehr schwer geworden. Doch ließ er dem Vater seine Betrübnis darüber nicht merken. Da er nun nicht viele Scholarbeiten zu machen hatte, so verfertigte er allerlei nette Holzarbeiten, die er dann billig verkaufte. Fast täglich begab er sich auch nach dem Hafenplatz hinaus, zu der Zeit, da Fremde anzukommen pflegten, um mit Sachen tragen, einen kleinen Erwerb zu suchen. Durch seinen rastlosen Fleiß und durch die Mildtätigkeit guter Menschen war wenigstens die größte Not abgewendet. Doch jetzt, wo es zum Winter ging, hatte der arme Kranke bei der feuchten und nasskalten Witterung mehr denn je zu leiden. Wenn er dann noch sah, wie sich sein guter Sohn quälte und wie elend er aussah, dann kam die größte Mutlosigkeit und Verzweiflung über ihn. »Ja, ja, meine gute, bescheidene Frau hatte recht. Ich habe einst zu hoch mit meinem Sohne hinausgewollt«, klagte er sich dann selbst an. »Darum muss ich nun auch für meinen Hochmut büßen.« Wilhelm war sehr betrübt, wenn er den Vater so leiden sah und ihm nicht zu helfen vermochte. Heute früh war er dem Arzt nachgeeilt und hatte ihn flehentlich gebeten. »Lieber Doktor, gibt es denn wirklich gar nichts, wodurch dem armen Vater Linderung seiner Schmerzen verschafft werden könnte?« Der Arzt, ein sehr menschenfreundlicher Mann, sah mitleidig in das gramvolle Gesicht des Knaben und sagte, »Mein lieber Junge, das Einzige, was deinem Vater vielleicht noch Hilfe verschaffen könnte, wäre, ihn in eine geeignete Heilanstalt zu bringen. Aber das würde viel Geld kosten, und ich habe mich bisher vergebens nach einer Freistelle für ihn bemüht. Ich verspreche dir aber, mir die erdenklichste Mühe zu geben, wenigstens bis zum Früh eine solche für ihn zu erwirken.« Das war leider noch eine sehr ferne Aussicht, denn noch hatte der Winter erst begonnen. Mit tiefer Betrübnis sagte sich der unglückliche Knabe, »Wenn mein Vater noch so lange so entsetzlich leiden soll, das hält er gewiss nicht aus.« Und bitterlich weinend sank er auf die Knie und flehte mit kindlichem Vertrauen, »Lieber Gott, erbarme dich, hilf meinem Vater und nimm ihn mir nicht. Ach, ich habe ja dann niemanden mehr auf der ganzen Welt.« Und der gute Vater im Himmel erhörte das heiße Flehen dieses geängstigten Kindes und ließ bald die Erlösungsstunde schlagen. Mit der tröstenden Zuversicht, »Der liebe Gott wird mich erhören und mir einen Ausweg zeigen«, ging er früher denn sonst, weil heute die Schule ausgefallen war, nach dem Hafenplatze. Da er unterwegs noch für den Lehrer und für die Nachbarsfrau etwas zu besorgen hatte, so kam er doch später als sonst dort an. Der Platz war schon fast ganz menschenleer, vergebens spähte er nach Arbeit umher, und betrübt wollte er den Rückweg wieder antreten, als er plötzlich einige Schritte weit entfernt einen schwarzen Gegenstand im Sande liegen sah. Er bückte sich und hob ein einfaches, schwarzes Futteral von der Erde auf, in welchem er aber eine sehr elegante Brieftasche fand. Wie groß war sein Erstaunen, als er diese öffnete und mehrere große Geldscheine und andere Wertpapiere darin sah. Sehr sorgfältig schloss er sie wieder und blickte umher, ob keiner zu entdecken wäre, der diese inhaltreiche Tasche verloren haben könnte. Vielleicht der Herr, den er noch vorhin in der Entfernung gesehen hatte? Schnell wollte er ihm nacheilen, als einer seiner jetzigen Schulkameraden an ihm vorüberkam und neugierig fragte, Na, zeig mal, was hast du denn da gefunden? Du tust ja so, als ob du Schätze in den Händen hättest. Die hab ich auch, und ich muss sehr schnell laufen, um den Herrn einzuholen, der diese Brieftasche wahrscheinlich verloren hat. Ach, du Einfallspinsel, das wär doch noch schöner, wenn du das Geld, das dir ein glücklicher Zufall in die Hand gespielt hat, herausgeben wolltest. Natürlich will und muss ich es zurückgeben, erklärte Wilhelm, sehr entschieden. Ach, was? Sei doch nur vernünftig und red nicht solchen Blödsinn. Es weiß ja kein Mensch, und ich schweig wie das Grab, wenn du mir nur den dritten Teil davon abgibst. Das wär ja Diebstahl und gegen das fünfte Gebot gehandelt, rief Wilhelm voller Entrüstung. Wenn es auch kein Mensch weiß, so hat Gott im Himmel doch gesehen. Und wie könnte ich dann wohl je mein Auge wieder zu ihm erheben? Du, Mirian, alter Esel, rief der Versucher hohenlachend und grimmig hinterher, als der ehrliche Wilhelm ihm nach diesen Worten den Rücken kehrte. Aber so schnell er auch lief, konnte er doch den Hahn nirgends mehr entdecken, und es blieb ihm daher nichts weiter übrig, als seinen Fund zur Polizei zu tragen. Er überlegte, ob er nicht lieber erst nach Hause gehen müsste. Es war schon um die Mittagszeit, und sein Vater würde sich gewiss um ihn ängstigen, wenn er länger als sonst ausblieb. Denn bis zur Polizei, ja, da hatte er noch weit zu gehen. Aber nein, unmöglich konnte er mit dem Gelde erst nach Hause gehen. Gewiss würde es auch der Herr sofort anzeigen und in großer Unruhe sein. Es gab hier kein langes Besinn, und schnell entschlossen setzte er seinen Weg fort. Ganz außer Atem kam er endlich bei der Polizei an. Der schnelle Lauf und die Angst um seinen Vater hatten ihn so angegriffen, dass er am ganzen Leib zitterte. Mitleidig und wohlgefällig betrachteten die Herren den erschöpften Knaben in der dürftigen Kleidung, der trotz seiner anscheinend großen Armut so ehrlich und gewissenhaft war. Höflich und bescheiden gab Wilhelm auf alle ihm vorgelegten Fragen Bescheid. Als der ihn verhörende Hauptmann sich nun auch nach seinen Verhältnissen und nach seinen Eltern erkundigte, sagte Wilhelm, dass er nur noch den Vater habe. Und mit bewegter Stimme berichtete er von dessen langer Krankheit und den schweren Schicksalsschlägen, die ihn getroffen. Mit großer Teilnahme hat ihm der Hauptmann zugehört, und als er geendet hatte, sagte er, »Du bist ein braver Junge, und deine Ehrlichkeit wird sicher ihren gerechten Lohn finden. Gewiss ist es ein sehr reicher Herr, der diese Tasche verloren hat, und du wirst einen guten Finderlohn bekommen. Vielleicht geschieht auch noch mehr. Man kann nicht wissen, ob nicht ein Glück für dich daraus hervorgeht und dann noch eines.« Und dann drückte er dem guten Jungen noch ein Geldstück in die Hand und entließ ihn. Zwei Stunden später als gewöhnlich kam er heute heim. Der Vater war natürlich in großer Sorge um ihn gewesen und hatte sehnsüchtig von seinem Fensterplatze nach ihm ausgeschaut. »Liebster Vater, sei nicht böse, dass ich dich so lange warten ließ,« rief Wilhelm schon in der Tür. »Ich konnte nicht anderes. Es war etwas sehr Wichtiges, das mich so lange aufgehalten hat. Zuerst will ich nur schnell das Essen wärmen, und dann werde ich dir alles erzählen.« »Da ich dich nun wieder habe, mein Sohn, ist ja schon alles gut,« sagte freundlich der Vater. »Die gute Frau Müller hat mich mit Mittagessen versorgt und auch für dich etwas warmgestellt. Stärke dich nur erst, du wirst gewiss sehr hungrig und müde sein. Nachher kannst du mir dann alles erzählen.« Wilhelm aß nun auch mit großem Appetit. Er hatte seit frühmorgens nichts genossen und war daher sehr hungrig und schwach. Nachher setzte er sich zu seinem Vater und erzählte ihm, was er heute erlebt hatte. Auch wie unschlüssig er gewesen sei, ob er zuerst mit dem Funde nach Hause gehen oder ihn sogleich auf der richtigen Stelle abgeben sollte. »So wie du gehandelt hast, war es ganz recht, mein Sohn,« sagte der Vater. »Gewiss wird der, welcher die Brieftasche mit einem so reichen Inhalt verloren hat, es melden und sehr erfreut sein, sie sogleich in Empfang nehmen zu können.« »Ja, das glaube ich wohl auch,« stimmte Wilhelm bei. »Jetzt werde ich meine angefangenen Holzarbeiten beendigen, Väterchen, und heute nicht mehr draußen nach Verdienst mich umschauen.« Das war dem Vater sehr angenehm, denn er war immer froh, wenn er seinen guten Sohn um sich haben konnte. Eines Nachmittags, ungefähr acht Tage nach Wilhelms Erlebnis am Hafenplatz trat ein Diener in feiner Livree in Meister Werners armseliges Stöbchen. Er sagte, dass er im Auftrage seines Herrn, des Baron von Arnstetten komme, um Wilhelm zu bitten, noch heute bei ihm zu erscheinen. Vater und Sohn waren hierüber nicht wenig erstaunt, und Wilhelm fragte sogleich ganz erfreut, »Habt der Herr Baron vielleicht Arbeit für mich?« Darüber wusste ihm aber der Diener keine Auskunft zu geben. Er entfernte sich auch sogleich wieder, nachdem Wilhelm versprochen hatte, in einer halben Stunde da zu sein. »Was kann nur ein so vornehmer Herr von dir wollen?« sagte der erstaunte Vater, als er mit seinem Sohn wieder alleine war. »Da, neugierig bin ich auch, Väterchen. Sollte es vielleicht gar wegen der Brieftasche sein? Mir ist so, als ob es eine frohe Botschaft sein könnte.« »Das gebe Gott, mein Sohn. Ein kleiner Sonnenblick tut uns beiden Not.« Pünktlich nach einer halben Stunde trat Wilhelm in das sehr nobel aussehende Haus des Baron von Arnstetten. Der Diener meldete ihn sogleich und führte ihn dann in das Arbeitszimmer des Hausharn. Dieser, ein sehr stattlich und vornehm aussehender Mann, saß am Schreibtisch und hieß ihn freundlich näher treten und Platz nehmen. »Du bist also der glückliche Finder meiner verlorenen Brieftasche,« redete er ihn an. »Du hast mir damit einen großen Dienst erwiesen. Es handelte sich weniger um das Geld, als um die darin befindlichen Papierfälle. Es fehlt nicht die geringste Kleinigkeit und das ist sehr brav von dir, mein Junge. Ehrlich währt immer am längsten und du sollst nun auch dafür belohnt werden. Ich habe mich bereits genau nach deinen Verhältnissen erkundigt und habe erfahren, welch schweres Geschick deinen armen Vater betroffen hat. Es wurde mir auch gesagt, wie treu du deine Sohnespflicht erfüllst. Das Knaben verständiges und treuherziges Wesen gefiel dem Baron sehr und er war sogleich entschlossen, sich seiner und seines Vaters kräftig anzunehmen. »Hier, nimm dies vorläufig,« sagte er Wilhelm eine gefüllte Börse überreichend. »Morgen werde ich zu euch kommen und mich selbst davon überzeugen, was ich für deinen Vater weiter tun kann.« Der gute Junge war vor Freude außer sich. Tief bewegt und mit inniger Dankbarkeit küßte er die Hand des gütigen Gebers, die diese ihm zum Abschied reichte. Freude strahlend kam er zu seinem Vater. Beide weinten Freudentränen und dankten und lobten Gott, der ihn auf solch wunderbare Weise einen Helfer in der Not gesandt hatte. Der Baron von Armstetten war ein sehr reicher Mann, der viele große Besitzungen hatte und auch ein eigenes Haus in der hübschen Hafenstadt, wo er sich oft monatelang aufhielt. Er war nicht verheiratet, hatte auch keine näheren Verwandten und war wegen seiner Mildtätigkeit und seiner Menschenfreundlichkeit allgemein bekannt und hoch geschätzt. Am nächsten Tage löste er sogleich sein Wilhelm gegebenes Versprechen ein und erschien schon am Vormittage beim Meister Werner. Der Kranke erregte seine innigste Teilnahme und dessen geduldiges Wesen und die rechtschaffende Gesinnung, die sich in seinen Reden aussprach, gewann ihm gleich sein edles Herz. Wilhelm musste sofort den Arzt holen, den er dann um seine Meinung fragte, was zur Heilung des Kranken geschehen könnte. Als dieser nun erklärte, dass das Leiden bei guter Pflege und richtiger Behandlung vielleicht noch gehoben werden könnte, traf er selbst eiligst alle Vorbereitungen, den Patienten in eine berühmte Heilanstalt zu bringen. Er kaufte auch anständige Kleidung für Vater und Sohn und sorgte auf das Freigebigste für alle beide. Wilhelm musste den Vater begleiten und einige Tage bei ihm bleiben. Damit er sich an die neue Umgebung gewöhnt und seinen guten Sohn nicht allzu schmerzlich vermisst, hatte der edle Wohltäter gesagt. Nachher nahm er Wilhelm zu sich und da er sogleich sah, wie begabt und wissbegierig er war, schickte er ihn wieder in eine höhere Schule. Und es dauerte gar nicht lange, bis der früher so verharmte und bleiche Knabe wieder frisch und munter aussah. Die Tage der Not und schweren Prüfung waren nun für Vater und Sohn vorüber. Der liebe Gott hatte sie gläubig und treu befunden und ließ ihn wieder seine Gnadensonne scheinen. Meister Werner genas allmählich und gelangte durch einen längeren Aufenthalt in stärkender Gebirgsluft wieder in Besitz seiner früheren Gesundheit und Kraft. Durch die Güte des Herrn von Anstetten konnte er sich auch wieder eine Werkstatt einrichten. Hingegen war er nicht zu bewegen gewesen, eine große Summe, die ihm Herr von Anstetten darüber hinaus angeboten, in Empfang zu nehmen. »Nein, hochverehrter Herr Baron, Sie haben in Ihrer Grußmut schon so unendlich viel für mich getan. Es gibt noch mehr Notleidende, die auch Ihrer Hilfe bedürftig sind.« So lautete die dankende Ablehnung des bescheidenen Mannes. »Sie sind ein wackerer, mutiger Mann, Meister Werner«, hatte darauf ihn auf die Schulter klopfend Herr Baron von Anstetten erwidert. »Ich bin fest überzeugt, dass Sie mit Ihrem Fleiß und Ihrer rechtschaffenen Gesinnung vorwärtskommen werden.« Als der Vater hörte, dass sein Wilhelm wieder in die Realschule gehe, hatte er sehr bedenklich den Kopf geschüttelt und gemeint, seine Frau hätte Recht gehabt, für einen einfachen Handwerker genüge auch die Gemeindeschule. Aber da war der Baron durchaus nicht seiner Meinung. »Lieber Meister Werner«, sagte er, »an den Wilhelm habe ich auch ein Anrecht, den betrachte ich als meinen Pflegesohn. Ich habe ihn in mein Herz geschlossen und wünsche ihn so hoch als möglich steigen zu sehen.« Obwohl der Vater jetzt zu demütig und bescheiden dachte, um noch solche Wünsche für seinen Sohn zu hegen, so wollte er seinem hochherzigen Gönner doch nicht zuwider sein und er fügte sich seinem Willen. Gottes Segen ruhte wieder auf Meister Werners Arbeit. Alle alten Kunden und viele neue fanden sich ein und bald hatte er so viel Zuspruch, dass er mehrere Gesellen beschäftigen konnte. Sein Geschäft blühte noch mehr wie früher und in wenigen Jahren war er wieder ein vermögender Mann geworden. Auch in seinem Sohn hatte ihn Gott reich gesegnet. Dieser war zu einem braven und tüchtigen Mann herangewachsen. Obwohl der Vater in seiner großen Bescheidenheit den einst mit Vorliebe gehegten Plan, ihn später als Leiter einer großen Maschinenfabrik zu sehen, lange begraben hatte, so sollte sich dieser doch noch glänzend erfüllen. Wilhelm hatte aus eigener Wahl das Maschinenbaufach studiert und sich dann in fremden Ländern noch reiche Kenntnisse erworben. Da Herrn von Anstetten seinem geliebten Pflegesohn, auf den er stolz wie ein Vater war, ein großes Kapital zur Verfügung stellte, so konnte dieser gleich eine sehr umfangreiche Fabrik anlegen und sie in großartiger Weise betreiben. Der Vater stand ihm mit seinen Erfahrungen zur Seite und durch Wilhelms Klugheit und Umsicht erlangte das Unternehmen bald einen Weltruf. Wilhelm kam zu hohem Ansehen und Ehren und der glückliche Vater hatte alle Ursache, auf seinen Sohn stolz zu sein. Trotzdem aber haben sich beide einen einfachen, bescheidenen Sinn bewahrt und sie vergaßen auch nicht, dem lieben Gott für seine Hilfe und Gnade zu danken und ihn zu bitten, ihnen ein demütiges und gehorsames Herz zu erhalten. Das war die Geschichte vom braven Sohn. Wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, damit er weiter wächst, lass mir gerne ein Abo, einen Kommentar und einen Daumen hoch da. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut. Off-Blocked dann losgebracht. Da auf die Geschichte bis zum Ruhige. Bis zum Ruhige. Vielen Dank.